so da ist erstmal auch ein herzlich willkommen an jeder einzelne das sind nachhinein anschaut und ja ich freue mich auf jeden fall extrem extrem auf diesen karl ich muss auch ganz ehrlich sagen ich habe mir extrem viele gedanken auch darüber gemacht so ja aber was werde ich jetzt heute sprechen was was will ich heute genau euch mitgeben will ich euch irgendwelchen mehrwert mitgeben oder sonst was und es ist ich sage es ist so es ist für mich eine enorme überwindung heute es ist eine enorme überwindung sage ich jetzt mal ehrlich weil ich werde heute habe ich mir wirklich selber so gesagt mal die komplette story einfach von mir einfach mal erzählen okay nicht mal die story die man einfach sonst kennt wenn ich jetzt zum beispiel auch mal kurz ein storytelling mache sondern wirklich die story ja von eigentlich am anfang an dass die ganze reise eigentlich sage ich jetzt mal begann die ganzen höhen und tiefen was man alles so durchleben musste sage ich jetzt mal um vielleicht auch dem ein oder anderen hier drin der vielleicht gerade in gewissen strudel situation ist oder irgendeine gewissen lebenssituation ist was vielleicht nicht gerade so pricken läuft oder vielleicht nicht gerade alles so ist oder wie man wie man sich gerade wünscht und wir vielleicht einfach wirklich auch diesen glauben zu geben dass egal was du gerade durchlebst und egal was aktuell gerade wirklich ist du zu 100 prozent deine ziele und träume erreichen wirst okay und ja in erster linie ist ganz ganz wichtig mal möchte ich mal ganz kurz wissen ja wie es euch erstmal geht so das heißt hau mal erst mal ganz kurz auch mal eine 7 in den chat rein ja wenn wenn du heute einen extrem guten tag hat ist wenn es dir gut geht so wenn du einen erfolgreichen tag hat das aber mal kurz eine 7 in den chat rein okay das ist extrem wichtig auf jeden fall dass wir alle positiv gestimmt sind dass uns alle allen gut geht ich sage mal wie kann es uns nicht gut gehen bald steht die convention an in zwei drei tagen ich freue mich extrem darauf jeden einzelnen von euch auf jeden fall da zu sehen und jetzt muss gerne kurz schauen perfekt so dann würde ich gleich sagen wir können eigentlich in die ganze sache rein starten ich werde euch am ende noch ein paar punkte mitgeben ich würde auch sagen wir können auch gerne so ein kleines q & day noch machen falls irgendwelche fragen auftauchen oder irgendwelche dinge du gerne wissen möchtest von wissen möchtest von mir kommt mir egal werde auf jeden fall auf alles drauf eingehen ich hoffe auch ich kriegs hin von der zeit her so weil ja story mäßig möchte ich euch wirklich so gut wie möglich ins detail hinein gehen kann euch aber auch ehrlich sagen ob es dann irgendwann zu viel wird kann ich halt nicht sagen so okay perfekt an sich ja sagen wir so ganz kurz einfach zu meiner person so ich bin aufgewachsen selber am wunderschönen zürichsee damals an der ortschaft die nennt sich stäfer ist für die deutschen so ein spezieller name aber an der ortschaft nennt sich stäfer ist direkt schön am zürichsee bin nämlich dort aufgewachsen ein ganz schön ja ganz schön hause eigentlich eine schöne aufsicht jetzt mal direkt auf dem zürichsee und ich sag so so ich sag's mal so wie es ist das ist eigentlich damals hat schon ein wenig begonnen in ich weiß gar nicht so wie es das mit das bäuch heißt aber ich denke mal das sei glaubt das gleiche so die ganze spielgruppe sag ich jetzt mal bin ich eigentlich schon gut so die person gewesen da ich immer wenn ich aufgefallen ist okay immer wenn ich aufgefallen ist irgendwelche dinge gemacht hat soll die ja wenn ich gut deutsch scheiß gemacht hat so sag ich jetzt mal und so gut aufgefallen ist durch das mehrere gespräche dann geführt wurden mit dem gespräch mit meinen mit meinen eltern und so weiter und so fort und die sache ist eigentlich ganz simpel und zwar war es dann eigentlich so dass wir in dieser ortschaft sag ich mal so es war seit ich eigentlich klein bin hatten wir eigentlich nie so diese also ich hatte eigentlich nie so dieses dieses gefühl bekommen sag ich jetzt mal wie es wirklich ist sag ich jetzt mal so diese diese ja es ist schöne familienbindung sag ich jetzt mal okay weil seit ich eigentlich klein bin sag ich eigentlich auf der welt bin sag ich jetzt mal ja wurde eigentlich bei mir bei mir zu hause sag ich jetzt mal meine eltern immer nur gestritten oder es gab ich habe immer nur geschreie gehört und so weiter und so fort habe mich dann immer irgendwie im zimmer versteckt kann mich extrem gut an diese zeiten irgendwie trotzdem noch erinnern auch weil ich extrem extrem klein war weil es halt extrem extrem im kopf geblieben ist und wie soll ich auch diese ganzen dinge erzählen hat schlussendlich auch wirklich damit zu tun zu was für eine person ich eigentlich schlussendlich wurde ja wie gesagt ist eigentlich nicht easy das ganze so zu erzählen danach kommen noch einige stories aber ja an sich bin ich dort aufgewachsen es kam dann so dass ich dann mit dem alter von sieben wurden wir dann aus von von der bank aus ja was genau der grund war kann ich bis heute nicht eigentlich aus dem haus geworfen so kann man eigentlich so dem die meldung so ja wir müssen jetzt wegziehen so kann sich von deinen freunden verabschieden und 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 dann sind wir ja wenn ich weggezogen in so ein anderes dorf wo ich extrem mühe hatte sag ich jetzt mal mit mit mich dort überhaupt einzuleben so war überhaupt nicht so ja ich habe mich nicht wohl gefühlt an diesem ort so ich habe mich nicht wohl gefühlt ich hatte keine lustigen mehr in diesem zeitpunkt mich irgendwie auf neue menschen einzulassen mich mit neuen menschen sag ich jetzt mal zu connecten oder sonst was und es ging dann eigentlich ziemlich schnell dann eigentlich ja in die grundschule dann nach paar jahren also nach paar jahren nicht aber es ging eigentlich ziemlich schnell in die grundschule und es war dann eigentlich so dass es bei mir der größte trigger war eigentlich dass ich ja nie wirklich so ins system reingepasst habe vielleicht kennt das die eine oder andere person so ein wenig von früher ich weiß es nicht aber ich habe mich nie so richtig im system ja ich habe mich ich passte da irgendwie nicht rein versuchte aber gleichzeitig immer dagegen zu kämpfen und da denke ich mir immer dass du das gefühl ich kann das system ändern okay ja was definitiv halt 200 nicht möglich ist so aber ich hatte in diesem moment wie ich so das gefühl so ja ich kann das system ändern und durch das ja kam ich natürlich in extrem viele komplikationen sage ich jetzt mal mit diversen situationen okay das heißt eigentlich an sich was was ist eigentlich so dass ich dann in der grundschule die schule schon öfters wechseln musste einerseits wegen ja mehreren streitereien sage ich jetzt mal mit lehrer mehreren jetzt mal aber auch ja schlägereien sage ich jetzt mal auf dem schulhof mit irgendwelchen schüler habe ich mit irgendwelchen personen die ganze zeit angelegt und 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 bin eigentlich ziemlich schnell eigentlich dann aus dieser schule dann ausgeworfen worden und muss dann die schule wechseln okay so mit der hoffnung sage ich jetzt mal okay wenn du jetzt in der neuen schule bist dann geht alles weiter dann kommt alles gut zu dem sinn ja war aber dementsprechend nicht so weil der punkt war dann schlussendlich der das dann in der nächsten schule eigentlich genau das gleiche wieder weiter ging und durch das eigentlich ich dort gleich eigentlich den nächsten ja schulverweise sage ich jetzt mal schon wieder eingesagt hatte weil ich eigentlich immer so die person war muss ich ehrlich zu sagen wenn ich auf zurück blicke so die person war die ja immer in der schulklasse so nie die schnauze halten konnte so ich musste ich habe habe mir nie was gefallen gelassen keine ahnung im nachhinein komplett ja behindert was das angeht meiner meinung nach ähm aber ja schlussendlich war ich so die person die eigentlich ständig irgendwie die klappe aufmachen musste ständig mich mit irgendwelchen leuten die man messen musste und 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 das ego komplett ganz ganz oben hatte schon seit ich klein bin eigentlich ähm was vielleicht auch hat aus aus ja vielleicht wer weiß es vielleicht zum beispiel aus äh aus frühen geschichten vergangenheiten sage ich jetzt mal von zuhause oder sonst was ähm ja gekommen sind sage ich jetzt mal okay der punkt war dann so wenn ich der dass ich dann nach der grundschule sobald die dann eigentlich mal vorbei war ähm ging es dann bei uns in die sekundarschule ich glaube heißt gleich bei euch so sekundarschule ist die nächste stufe in dem sinn ähm hat sich zu heute nichts geändert ja geil bro und als ich in der sekundarschule war so ähm war es eigentlich ziemlich ja war es eigentlich genauso ähnlich so ich war kam mir so in der erste stufe die ersten paar wochen lief es eigentlich für mich ziemlich gut so ähm und dann war ich so der springende punkt der auch wieder dass dann auch dann wieder ähm ja es hat wieder begonnen sage ich jetzt mal mit situationen mit äh konflikten sage ich jetzt mal mit lehrpersonen ähm wo ja ich immer mit mehr in mehr konflikte geraten bin sage ich das mit auf dem schulhof sei es dementsprechend mit mit irgendwelchen lehrpersonen und sonst was und dann passiert kam wirklich so eine ziemlich schwierige zeit auch ähm auch dementsprechend aber auch für meine eltern weil vielleicht ganz kurz mein dad war schulleiter an einer anderen schule äh meine mom war musiklehrerin schon ähm seit ja ganze zeit schon das heißt war nicht so extrem eine coole situation sage ich jetzt mal für den schulleiter so der sohn der in der schule ist und dementsprechend immer nur du den namen hörst von dem ähm ja ich persönlich sage ich jetzt mal wenn ich mich so wenn ich so zurückblicke zu dieser person die ich damals war läuft es mir kalten rücken runter sie sagst du sagst du sagst du was ist das wirklich so ein komplett anderer mensch selber sehe ich da ähm weil das einzige was ich da wirklich eigentlich im kopf hatte war eigentlich schlussendlich nichts anderes als einfach in die schule zu gehen ähm wann überhaupt in die schule zu gehen so ähm und das zu machen auf das ich mir gerade lust hatte so mir nichts gefallen lasse und dann dementsprechend nach hause gehe so das war so immer so mein kopf so okay immer so mit dem kopf durch die wand okay und der punkt war dann der dass dann in der sekundarschule hatte ich extrem viele ja extrem viele probleme sage ich jetzt mal oder extrem viele herausforderungen kann man so schön sagen ähm wurde dementsprechend dann aber auch aus der sekundarschule dann irgendwann geschmissen ähm ja wurde dann komplett rausgeschmissen ähm hatte dann dementsprechend extrem mühe überhaupt sage ich jetzt mal selber ja bezüglich abschluss und alles dass ich überhaupt einen schulabschluss bekomme ähm gab dann aber eine ja gute möglichkeit sage ich jetzt mal und zwar ja mein dad war ja schulleiter das heißt mit irgendwelchen gewissen kleinen mitteln so sage ich jetzt mal hatte ich dann trotzdem einen gewissen schulabschluss im sack und ähm habe es dann irgendwie hingekriegt einfach mit dem unterschied dass bei den zeugnissen so die jeder bekommen hat dass jeder zwei seiten hatte und ich hatte drei seiten okay auf der dritten seite war einfach mein sozialverhalten komplett geschrieben so habe ich danach natürlich nie beigelegt so bei den bewerbungen aber nebensache okay der punkt war dann so ein wenig der ähm ich sag mal so in der ich habe es selber zu hause nie wirklich einfach gehabt ähm es war war nicht wirklich immer einfach für mich ähm es gab extrem also ich hatte extrem viel äh ja probleme sage ich jetzt mal auch mit meinen eigenen älteren ähm schwierig zu sagen so ich wurde selber auch ähm ab und zu mal dementsprechend wurde ich auch geschlagen oder sowas zuhause was für mich dementsprechend extrem extrem harte zeit auch war ähm wo halt dementsprechend ja in dieser zeit sage ich jetzt mal was zu sagen kann mein dad dementsprechend eigentlich ja auch in der phase war wo es ihm halt nicht gut ging wo er dementsprechend gleichzeitig in der trennungsphase war mit meiner mom es wurde nur zuhause gestritten irgendwann ähm ist er dann schlussendlich nach er ist dementsprechend ausgezogen habe ich eine gewisse zeit bei ihm gelebt eine gewisse zeit immer bei der bei meiner mom ähm durch das dementsprechend dass mein vater immer befordert war burnouts hatte und so weiter und so fort dementsprechend hat er oftmals auch den frust an mir ausgelassen ähm was bei mir extrem viele dinge halt ja die bleiben bis heute sage ich jetzt mal okay und der punkt war ja schlussendlich der ähm ich bin dann eigentlich schlussendlich dann nach der schule nach der sekundarschule war so der zeitpunkt wo es darum ging okay jetzt suchst du dir dementsprechend eine ausbildung so und ich war so die person die halt einfach gar nicht wusste was ich machen will gar nicht wusste dementsprechend wo in welche richtung ich gehen will ähm und hat dann dementsprechend halt an den letzten drei drei tagen bevor es überhaupt begonnen hat sage ich jetzt mal mit der arbeitswelt sage ich jetzt mal mit der ausbildung war ich so die person die dann begonnen hat bewerbungen abzusenden so habe dann bewerbungen abgesendet und habe dann die erste zusage die ich eigentlich bekommen habe direkt genommen egal was es war so war sanitätsinstallateur so die einen kennen das ja schon von mir ähm auf der baustelle war definitiv nicht ein job und ich sage hey hammer so gar nicht komplett gar nicht so weil erstens mal was für mich immer so in dieser diese person die ich damals war war wirklich so der mensch der sich nicht sagen ließ so gar nichts so egal ob chef egal ob 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 lehrperson oder sonst was ich wollte mir nicht sagen lassen genau das war der grund wieso ich auch immer tiefer in die gut deutsch scheiße ich sage jetzt mal reingelaufen bin ähm weil ich halt dementsprechend immer das gefühl hatte ich bin's und sonst was so ähm der punkt war dann so der dass ich eigentlich da mit 15 und das war dann eigentlich so die zeit wo es dann im leben sage ich jetzt mal in eine schwierige phase gekommen ist mit 15 schon in die fußballszene gekommen bin so das heißt ich habe früher begonnen fußballspieler zu schauen bin mit 15 schon in die fußballszene reingerutscht so komplett in die gruppierung selber rein ähm ja da hat dementsprechend halt erst mal so richtig dieses äh diese emotionen gespürt sag ich jetzt mal hat das erste mal so ähm damals für mich halt wirklich so ein wenig verspürt so was familie bedeutet und zusammenhalt bedeutet okay das war für mich für leute die die selber nie in diesem ganzen drin waren so ist es schwierig zu nachzuvollziehen menschen die selber in dieser ganzen sache mal wenn ich drin waren können es ein wenig nachvollziehen okay weil für mich war es halt immer so diese Bindung zur Familie war nie da so es war es war nie da dass du dem Beispiel mal einen Geburtstag schön gefeiert hast es war nie da dass dem Beispiel mal Weihnachten schön zusammen gefeiert hast es war nie da dem Beispiel dass du mal zusammen am Tisch gesessen bist und einfach mal schön hattest so es war diese Momente gab es nicht so und in dieser fußballszene ist extrem schwierig für Menschen nachzuvollziehen hatte ich irgendwo durch dieses Gefühl hatte ich das Gefühl in mir so ich keine Ahnung Menschen schätzen mich so ich ich äh Menschen stehen für mich ein Menschen Rennen für mich Menschen und 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 unterstützen sich man ist füreinander da man ist eine Einheit so in dem Sinn okay auch wenn es um gewisse andere Dinge geht was im Nacken dann auch wieder gestört ist aber ähm das war so das Gefühl das ich damals hatte und genau das war glaube ich so der Grund wieso ich extrem in diese ganze in diese ganze ja dieses ganze diese Szene eigentlich reingerutscht bin so ähm mit 15 eigentlich schon begonnen hat dass ich habe mit früh schon begonnen extrem viel zu kiffen so ich bin früh in andere Drogen reingerutscht schon mit 15 habe dämlich knapp 15 eigentlich nichts anderes mehr im Kopf gehabt ähm als Partys Schlägereien Fußball und Drogen so das war eigentlich mein Lebensstandard so jeden einzelnen Tag so nicht einfach mal Woche für Wochenende für Wochenende sondern wirklich eigentlich jeden Tag ich hatte nichts anderes im Kopf ich habe nur für 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 den Fußball gelebt und 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 ich habe Dinge ausgesprochen für ich würde für diesen Verein sterben und so kranke Sachen so das ist crazy so und im Nachhinein wie gesagt das ist für mich extrem schwierig das ganzen Dinge war zu erzählen weil ich mich selber überhaupt nicht mehr als diese Person kenne so aber ja es ist extrem schwierig auf jeden Fall gewesen für mich so okay äh der Punkt war dann im Sprechen der dass nach sechs Monaten Ausbildung ähm wo ich bei Sanitärinstallateur also gearbeitet hatte ähm muss ich dementsprechend diese Ausbildung abbrechen ich hatte den Meniskus gerissen ähm viele haben auch oftmals schon gehört ich habe den Meniskus gerissen viele wissen nicht wieso ich den Meniskus gerissen hatte ähm an sich war das dementsprechend auch durch irgendeinem Fussballspiel ähm war wo es danach zu Ausstreitungen kam ich dementsprechend dann wirklich halt gut mal auf die ja Schnauze bekommen habe durch das dementsprechend erstmal operieren musste und auch das eigentlich meine Ausbildung abbrechen musste und nicht mehr weiterhin auf Arbeit gehen durfte okay ähm war dann dementsprechend dann danach halt wirklich eineinhalb Jahre wirklich arbeitslos so hab dementsprechend wie gesagt eigentlich nur eine Sache im Kopf gehabt nicht hey ich suche mir eine neue Ausbildung oder suche mir einen neuen Job denken wir mal an Zukunft oder so sondern eher hey let's go es geht weiter so wir haben immer noch unsere Einheit wir haben immer noch unser Fußball was auch immer ähm und so dementsprechend ähm ja ähm sicher passelt Zürich ja voll ähm und so war dementsprechend mein Leben was das angeht so ähm an sich war es dann eigentlich so dass ich nach eineinhalb Jahre dann trotzdem ähm mit gewissen Streitereien auch so aus sage ich jetzt mal irgendwann es hingekriegt habe nach einer neuen Ausbildung zu suchen ähm ich habe diese eineinhalb Jahre gleichzeitig aber auch das ist das letzte halbe Jahr von diesen eineinhalb Jahren so ein wenig genutzt dafür ähm um halt selber ein wenig umzuschauen was kann ich sonst machen weil ich habe mir immer so früher gesagt entweder werde ich irgendwann Chef von einer Firma ich mache eine Firma auf oder ich werde halt Chef von einer Firma oder keine Ahnung was so das war so das was ich gesagt habe aber ich als Angestellter konnte ich mir niemals vorstellen so wie es ging für mich einfach nicht so es ging nie mehr in den Kopf rein dass ich dementsprechend auf Arbeit gehe mir dementsprechend immer Aufgaben verteilt werden ich dementsprechend diese Aufgaben mache dann nach Hause gehe und das eigentlich die ganze Zeit weiterhin zu tun so die nächsten Jahre und dann irgendwann mit 65 70 dann frei also pensioniert bin so und das wurde mir damals hat immer so erzählt so ist ja auch heute noch so und das war für mich damals ein extremer Schock so weil ich meine ich war 15 ja aber ich war damals geschockt durch das weil ich dachte so hä das kann doch nicht sein wieso ist dieses System so aufgebaut so das funktioniert doch nicht wie können Menschen Tag für Tag es ging nicht in meinen Kopf rein wie geht das so nach nein hey Hammer so wenn eine Person wenn eine Person einen Job mit Leidenschaft macht perfekt so größten Respekt so aber das war für mich damals nicht in Worte zu fassen ich konnte es mir niemals vorstellen okay hatten dementsprechend nach diesen sechs Monaten eigentlich eine neue Ausbildung dann gefunden oder nach diesen eineinhalb Jahren eine neue Ausbildung dann gefunden als Logistiker im Lager weil ich dann für mich gesagt habe hey okay wir müssen jetzt eine Ausbildung einfach ich muss jetzt eine Ausbildung auch machen weil ich habe mich mit der Zeit extrem schlecht gefühlt du kennst das vielleicht auch so wenn du schon mal in so einer Situation warst so du du bist so die Person die irgendwie gar nichts macht und du kennst so Freunde vom Frühjahr von Schulzeiten Ausbildung fertig oder schon zweiten dritten Jahr keine Ahnung was dort schon gewisse Dinge gemeistert dort schon weiter und du denkst so okay was habe ich bisher jetzt eigentlich gerissen das war so der Moment damals wo ich wirklich für mich einfach mal reflektiert habe und auch mal erkannt habe dass ich einfach nichts in meinem Leben bisher auf die Reihe gekriegt habe dass ich eigentlich meine Eltern enttäuscht habe dass ich selber mich immer mehr sag ich jetzt mal in die Scheiße gebracht habe sag ich jetzt gesundheitlich oder sonst irgendwelchen Dingen ähm und selber für mich dann ein Punkt war wo ich mir dachte okay jetzt muss ich eine Ausbildung machen jetzt muss ich irgendwie das Ganze das Ganze irgendwo durch hinkriegen okay ähm der Punkt war war dann so ein wenig der dass ähm ja dass nach vier Monate Ausbildung hatte ich dann Urlaub eine Woche und dann passiert eine Sache und zwar ich war ja wie gesagt ähm gut paar Jahre sag ich jetzt mit dieser also ja in dieser Fußballszene drin sag ich jetzt mal ähm und dann passiert da eine Sache was für mich eigentlich ein extremer Change auch gemacht hat weil ähm ohne das werde ich heute zu 100% nicht hier und werde ich zu 100% meiner Meinung nach nicht zu diesem Mensch wo ich jetzt aktuell bin und zwei nach vier Monaten ist eine Sache passiert und zwar am Dienstagmorgen wollte ich ausschlafen war Urlaub war bei meinem Dadshaus im Kinderzimmer und auf einmal klopfte es an meine Tür um 6 Uhr morgens und eine Person so tiefere Stimme sagt hey Türe aufmachen sofort und ich so okay gebe ich Buchseshorts zu Tim mach die Türe auf und vier Polizisten vor der Tür rennen rein packen mich auf den Boden Handschellen ran und raus geht's jetzt so ich komplett geschockt begann zu heulen und 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 komplette Emotionen weil mein Dad nebendran seine damalige Freundin dementsprechend nebendran komplett dementsprechend außer sich komplett am Ausrasten komplett keine Ahnung was weil die mich komplett durch die ganze Wohnung gerissen haben ähm und ja ich sag mal so ich war dann ein Punkt dann wo ich einfach für mich so dachte okay ich bin jetzt 16 17 was mach ich jetzt scheiße so an sich haben sie mich danach nach nach Zürich gebracht zuerst mal in die ähm in die ähm in die äh in die äh in die U-Haft so in dem Sinn ähm wo du erstmal für paar sag ich jetzt mal für mehrere Stunden sag ich jetzt mal dort drin sitzt in der Zelle das ist eigentlich so die Zelle wo man dich hinbringt dass du dementsprechend danach gestehst dass du was getan hast so in dem Sinn also so schlimm ist es sag ich jetzt mal dort ähm und dann wurde ich dort in eine Zelle reingetan war dementsprechend um die 45 Stunden war ich in dieser Zelle drin alleine so ähm hab selber komplette psychische Anfälle bekommen hab selber in diesen in dieser Nacht selber meine Hand gebrochen sogar weil ich ständig in der Wand geschlagen habe weil ich so durchgedreht bin ähm weil es kam nicht mehr klar ich wusste nicht mehr was jetzt passiert ich wusste nicht was mit mir was mit mir jetzt passieren wird in der nächsten Zeit ich dachte mir was was denken meine Eltern ich dachte was ist meine Ausbildung ich dachte jetzt hab ich endlich meine Ausbildung gesagt und 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 okay ja und dann am nächsten Tag ähm oder nach nächsten Tag ähm oder nach nächsten Tagen nach zwei drei Tagen dementsprechend kam dann eine Werte rein so hab dann gesagt so jetzt geht's weiter so und dann musste ich dementsprechend erstmal so vor Gericht so und ähm ähm ja und dann haben sie mich erstmal eingebuchtet so und dann musste ich erstmal in den Jugendknast rein war da dementsprechend da mal für gut eine Woche sag ich jetzt mal ähm mussten mich dann dementsprechend aber gehen lassen durch einen Anwalt sag ich jetzt mal wo meine Mutter dann reingebracht hatte ähm weil sie ja zu wenig Beweise hatten okay ähm ja schlussendlich war es auch nicht wirklich die Sachen die mir unterstellt wurden war dementsprechend auch nicht das schlussendlich was ich eigentlich getan hatte so ähm aber ja schlussendlich war ich dann dementsprechend dort für eine Woche ähm ähm ja haben mich dementsprechend dann angewiesen mussten mich dann dementsprechend wieder freilassen ähm und war für mich dann halt dementsprechend so die Situation als ich dann rausgekommen bin war so ein Gefühl da schwierig zu in Worte zu fassen aber ich weiß noch ich kam da raus das erste Mal wo ich unterschrieben hatte und wo ich wusste okay es ist dann so für eine gewisse Zeit jetzt so ich bin sag ich mal was das angeht frei und ich sag es euch wie es ist ich kam dort raus hab erstmal so die 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 Luft eingeatmet und hab auch so bemerkt so boah was mach ich eigentlich mit meinem Leben bin ich eigentlich gestört so und ich war da 17 so sie haben mir dann noch mitgeteilt hey wenn du wenn 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 wir alles prüfen und ähm die Beweise genug stark sind gehst du für drei Jahre in den Knast dann wirst du danach ähm wenn du Geburtstag hast das war für mich das Härteste wenn du Geburtstag hast werden 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 wir dich überweisen zum Erwachsenenknast ich so hab mal Geburtstagsgeschenk geil ähm und ja ich war dann so die Situation der wo ich dann rausgekommen gekommen bin ähm wo ich dann rausgekommen bin und dann das erste Mal die Entscheidung also direkt die Entscheidung getroffen habe okay ich tritt aus aus dieser Gruppierung im Fußball so ähm hatte so ein T-Shirt der reingekommen ist so und wusste für mich okay ich tritt jetzt dementsprechend da aus aus dieser Gruppierung ich will mit dem nichts mehr zu tun haben das hat mich nur in den Scheiß geritten das ist dementsprechend genau das der Grund wieso ich dementsprechend jetzt da bin wo ich bin ähm hab dann das T-Shirt genommen hab das einem Kumpel gegeben hab gesagt gib das dementsprechend den Leuten ab ähm durfte dann dementsprechend auch durch das sechs Monate nicht mehr nach Zürich selber so für die Leute die einen wenig kennen wenn man dann wenig in der Szene drin ist und du diese Szene verlässt so ist nicht so gut sag ich jetzt mal ähm konnte mich selber für sechs Monate nicht mehr blicken lassen sag ich jetzt mal selber in Zürich ähm muss dementsprechend mich extrem verstecken was das angeht ähm aber war für mich zu 100% die Entscheidung weil ich mich getroffen hab und gesagt hab das ist zu 100% genau das was wichtig jetzt ist was richtig jetzt ist ähm ähm um auch dementsprechend nicht meine Eltern noch mehr zu enttäuschen weil meine Mom da zu sehen mit den Tränen in den Augen komplett geschockt so vor der Zelle so wow das geht mir kalten Rücken runter das war für mich so der Moment wo ich gesagt hab was machst du eigentlich mit deinem Leben so okay ähm ähm der Punkt war dann so ein wenig der dass dann ähm ich dementsprechend rauskam trotzdem halt ganz normal die Ausbildung gekommen bin durch das wurde die wurde auch die Firma was das angeht nicht informiert über das ähm und ja ich wurde dann ähm eigentlich kam dann so der Moment wo alles so ein wenig mehr ins Positive lief sag ich jetzt mal okay ähm zwar nach etwa sechs Monate später ähm wurde ich dann in meinem Job als Lehrling damals ähm angesprochen ähm angesprochen durch Mitarbeiter auf die Branche Network Marketing und das war so der Moment und der Startschuss sag ich jetzt mal wo sich mein Leben ins Positive eigentlich verändert hat so wo sich eigentlich vieles vieles einiges verändert hat wieso weil ich sag's euch wie es ist ich hab damals den Punkt gehabt wo ich eigentlich für mich das erste Mal Ziele im Leben hatte so das erste Mal einen Sinn gesehen habe auch wirklich so im Leben so für mich und wo ich das erste Mal das erste Mal auch gesagt habe für mich ich will was aus meinem Leben machen okay ich will was machen ich will dementsprechend meinen Eltern beweisen dass ich es kann und so weiter und so fort so ich will dementsprechend raus aus dem Ganzen so ähm ich bin dementsprechend dann ähm daraufhin war es dann so dass ich eigentlich die Ausbildung gemacht habe äh die Ausbildung weiterhin gemacht habe hab dann dementsprechend die Company gestartet damals also ich war eine Präsentation eingeladen ich weiß noch in einem Seminarraum in einem Hotel ähm hab mir die ganze Präsentation angeschaut und ich sag's euch wie es ist so ich hab keinen Plan gehabt wie das Ganze aufgestellt ich hab keinen Plan gehabt wie das jemals funktionieren sollte ich war da in so einem Raum ich war 17 da ich hab das Ganze angeschaut und dachte mir so hä so und dann kam die letzte Folie und die letzte Folie war der Compensation Plan aber natürlich ich für 17 Jahren 200.000 im Monat so boah wie geil mach ich sofort Hammer so habt ihr mich vielleicht ein Geist mal in Kohle auf den Tisch gelegt und gesagt die starten das Ganze so ähm hab dementsprechend damals mit Network Marketing gestartet und es war dann eigentlich so dass ich eigentlich nach ähm ja was war da so circa nach einem Monat zwei Monaten ähm war es eigentlich so dass ich dann selber die Entscheidung getroffen habe auch auszuziehen weil wie gesagt war es zu Hause auch nicht wirklich einfach ähm mein Dad hatte in dieser Zwischenzeit ja eine neue Freundin dementsprechend bekommen mit dieser Freundin kam ich gar nicht klar sie hat sich benommen dementsprechend als wäre sie meine Mom ähm hat eigentlich immer einen Schlüssel zu diesem Haus hat dementsprechend mir den Schlüssel entzogen und hab gefunden so du darfst nicht mehr ins Haus gehen und 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 ähm und hab dann irgendwann gesagt weißt du was ciao so ich mach mein eigenes Ding ich übernehme selber Verantwortung für mein Leben ich will meinen eigenen Weg gehen und so weiter und so fort hab dementsprechend dann eine Wohnung gesucht hab die auch gefunden und bin dann mit deinen ähm mit meinem ehemaligen Mitbewohner damals also auch gleichzeitig mein Business Partner ähm eigentlich dort ja haben wir diese Wohnung gemietet okay ähm der Punkt war eigentlich so der dass ich dann nach etwa drei vier Monaten eigentlich das erste Mal oder nach drei Monaten war es glaube ich schon das erste Mal ein Schweizer Paycheck eigentlich ausbezahlt hatte so durchs Network Marketing und das damals halt wirklich das erste Mal dass ich diesen Glauben hatte so hey crazy das funktioniert crazy das ist auf meinem Bankkonto gelandet so das Gefühl das erste Mal die erste Auszahlung zu bekommen so ich dachte so wow crazy heftig so ich war so kumpelt aus wie mir sagst du wie es ist und 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 ich dachte mir so boah crazy das kann ich alles bezahlen so ich stelle lebe ich auf eigenen Beinen und so weiter und so fort das Ganze funktioniert perfekt so weiter geht's weiter geht's weiter geht's weiter geht's der Punkt war einfach der dass es damals leider nicht so eine schöne Network Marketing Company ist wie wir dementsprechend heute sein dürften so sondern es war eine Company wo du eigentlich wirklich Monat für Monat alles von Grund auf neu aufbauen musstest okay so hab ich leider nicht ganz gecheckt so das heißt der Punkt war der ich hab einmal einen Paycheck bekommen von von ja sag ich jetzt mal guten Schweizer Durchschnittslohn ähm einen Monat drauf dementsprechend sah es gar nicht mehr so aus so das heißt wir hatten eine Wohnung wir hatten diese Wohnung bezahlt ähm der Mitbewohner damals hat dann gleichzeitig dann auf einmal den Job verloren so ähm auf einmal konnte er seine Miete nicht mehr bezahlen so und dann ging es dann langsam wieder ein wenig runter so mit dem Ganzen gleichzeitig hatte ich dann ähm noch die Situation dass ich dann aus der Ausbildung rausgeworfen wurde so das heißt ich konnte dann dementsprechend meine Ausbildung selber nicht abschließen ähm und ja der Punkt war eigentlich so der dass ähm dass eigentlich ich die eineinhalb Jahre wo ich eigentlich bei dieser Company war extrem hart waren okay die ersten eineinhalb Jahre in meiner Network Marketing Firma also im ersten Network Marketing Jahr sag ich jetzt mal die ersten eineinhalb Jahre die waren für mich eigentlich die Hülle kann man so sagen so weil ich hatte keine Ausbildung mehr ich hatte eine eigene Wohnung ich konnte nicht mehr nach Hause gehen weil meine Eltern wollten mich dann auch nicht mehr zu Hause ähm musste dementsprechend diese Wohnung mit irgendwie 1400 im Monat irgendwie durchbezahlen ähm und hat eineinhalb Jahre eigentlich nichts anderes gemacht als Tag für Tag mit dem Zug von Ortschaft zu Ortschaft zu fahren von Ortschaft zu Ortschaft zu fahren und Termine für Termine für Termine zu machen weil damals hatten wir Zoom gab es schon aber keiner hat mit Zoom gearbeitet kein einziger von der kompetenten Struktur bei uns hat jemals mit Zoom gearbeitet das heißt keiner hat jemals in Karl gemacht alles lief nur offline so das heißt ich bin wirklich zur Stadt gefahren dort mit die Stadt gefahren morgen um sechs aufgestanden abends nämlich um elf zwölf morgen um eins morgen um zwei ähm wird nach Hause gekommen um das gleiche jeden Tag weiter jeden Tag weiter um irgendwo durch irgendwie Umsatz generieren zu können um irgendwie dann im Ende des Monats die Miete bezahlen zu können so so lief eigentlich dementsprechend meine kompletten Tage Wochen Monate eigentlich immer ab so komplette eineinhalb Jahre lang so und ich hatte diesen eineinhalb Jahren dreimal etwa ein Team eine Teamgröße von roundabout 250 bis 300 plus Menschen und dreimal dementsprechend ist mehr auch das komplette Team komplett von wumm zack wieder zusammengebrochen okay weil wir hatten kein Produkt du hattest kein Produkt wo du mit dem arbeiten konntest es ging um irgendwelche Investments oder sonst was das heißt das Ganze hatte keine Zukunft was das angeht so habe ich aber in dieser Zeit nicht bemerkt so weil für mich war das boah money 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 was das angeht so und hauptsache ich kann irgendwie Kohle machen um irgendwie meine Miete bezahlen zu können so das war so das was ich eigentlich dementsprechend damals immer gemacht habe so ähm der Punkt war eigentlich so dann der dass nach eineinhalb Jahre ist eine Crossline auf mich zugekommen vor einem Event das heißt wir haben immer so verschiedene Events gemacht eigentlich jede Woche Woche drei vier Events gesmashed in verschiedenen Städten und ich kann mich noch gut erinnern ich hatte ähm bei uns eine Stadt die habe ich damals so aufgebaut vom Team her habe dann meine Crossline gefragt ob er mitkommt um zu speaken sind dann mit dem Zug nach dort hingefahren und ich weiß noch er hatte den zweiten Part ich hatte den ersten Part so und bevor die Präsentation begonnen hat kam er zu mir und sagte hey Bro ganz kurz ich werde jetzt die Präsentation noch machen aber auch dass du Bescheid weißt ich werde diese Company verlassen und ich so willst du mich jetzt gerade verarschen willst du mich jetzt gerade komplett verarschen willst du jetzt noch eine Präsentation machen wenn du sowieso keinen Bock hast so so und er so ja wir reden später darüber und 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 ich war natürlich komisch so was ist denn los mit dir was ist mit dir falsch dachte ich mir im ersten Moment äh haben dann die Präsentation gemacht ja wie ich es auch gedacht habe hatte dementsprechend die Folien durchgeskippt und hat nicht wirklich Motivation gehabt währenddem und nach der Präsentation ähm sind wir dann auf den Zug gegangen und hat mir dann dementsprechend erzählt von dieser neuen Company und diese neue Company war iMarkets Live heute iMaster Academy so damals bin ich das erste Mal auf iMarkets Live nach eineinhalb Jahre von meinem Network sag ich jetzt mal auf das gestoßen okay ähm hab dementsprechend das ganze ja iMarkets Live ähm kennengelernt und eigentlich daher wirklich die Entscheidung dann getroffen diesen Move zu machen die Company zu wechseln mit dem Team dachte ich damals ähm der Punkt war einfach dann der dass vom ganzen Team eigentlich praktisch keiner mitkam so das heißt ich bin da eigentlich ich hatte eine Teamgröße Runabout von da waren es glaube ich ich weiß nicht in dieser Zeit glaube ich um die 300 Menschen plus minus 400 Menschen ähm und hatten dann einen Launchcard gemacht und so weiter und so fort und schlussendlich ja kamen vielleicht 10-15 Leute rüber und ähm alle anderen dementsprechend nicht und ich hab mir das ein wenig anders vorgestellt damals aber lief nicht so wie ich es mir vorgestellt hatte damals okay ähm haben dementsprechend dann das ganze kennengelernt und dann eigentlich für mich den Schein getroffen ey ich starte das Ganze hab dann eigentlich nach ähm ja eigentlich dann auch den P1K damals aufgebaut damals noch vor drei Jahren dreieinhalb Jahre ist das auch schon her ähm hab dann dementsprechend dann ähm P1K aufgebaut und danach ging es einfach nicht mehr weiter so ich hab ein P1 aufgebaut fiel runter auf den P6 wieder P1 P6 P1 P6 dann nur noch P6 dann wieder mal P1 für zwei Tage so wieder runter und werte ging es nicht so es kamen vielleicht mal über 50 60 Teampartner danach ging es wieder runter so das heißt wir hatten kein System auf dem auf dem wir bauen können wir hatten kein System das funktionierte wir hatten auch nicht diese Produkte die du heute hier schätzen lieben darfst die wir heute bei IAM haben so wir hatten gar nicht solche Produkte diese Produkte gab es alle nicht so das ist crazy wir hatten Tools wir hatten vielleicht 1-2 Tools war vielleicht Harmonic Scanner so das war ein Tool nur wir hatten eine Strategie die Leute kennengelernt hatten und das war ja dementsprechend Fibonacci System so okay der Punkt war einfach dass du mindestens 6-7 Monate hattest bis du überhaupt diese Strategie mal im Griff hattest das heißt du konntest überhaupt nichts duplizieren und irgendwie Profits vorweisen konntest du übrigens auch nicht so das heißt Leute sind gestern Leute sind wieder gequittet Leute sind gestern Leute sind wieder gequittet Leute sind gestern Leute sind wieder gequittet so das heißt du hast eigentlich ständig immer neu aufgebaut neu aufgebaut neu aufgebaut Monat für Monat für Monat und dann nach circa einem Jahr bei IAM kam dann nämlich meine erste Convention von IAM und zwar in Dallas Texas so das war so die Situation dort wo ich eigentlich schon ziemlich gut Schulden aufgebaut hatte 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 in dieser Zeit natürlich mit kein Job und alles extrem immer Schulden aufgebaut war da glaube ich bei irgendwie um die 8-19k die ich in Schulden war und dann kam meine Arbeit und meinte zu mir und meinte zu mir hey Bro Convention steht dann du bist ja safe am Start oder und ich so ja safe wo denn und so ja in Dallas Texas so Bro was Amerika ja ja safe so Bro wie stellst du dir das vor so heck no way keine Chance so ähm also doch du musst dorthin kommen und 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 haben ja alles reingeredet und gemacht und getan und durch das dass ich aber schon auf Convention 2 in der American Company wusste ich auch dass es für mich was heißt und wusste ich ich muss dorthin ich wusste ich muss dorthin keine Ahnung wie aber ich muss dorthin so hab mir dann irgendwie fragt mich ich wie ja noch mehr Schulden aufgebaut was das angeht ähm um irgendwie das Ticket zu kaufen um dorthin zu kommen um irgendwie den Flug zu bezahlen um dorthin zu fliegen um an dieser Convention zu sein so ich war in dieser Convention und ich hatte dort so viel Energie bekommen ich hab dort so viel Emotion in mir bekommen weil es war nicht diese Convention wie wir damals in der alten Company hatten es war gar nicht vergleichbar eine I am Convention muss ich ganz offen und ehrlich sagen von den ganzen Convention wo ich sonst überall war ist nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Company nicht vergleichbar diese Emotion und diese Energie wie ich wo ich dort verspürt hatte das war crazy so ich war ich kam dort raus ich dachte ich bin ein neuer Mensch ich dachte ich habe Energie bekommen boah ich kann es gar nicht die Worte fassen das war das war das war ja war absolut crazy so okay und der Punkt war so der dass ich dann das erste Mal wirklich so das große Ganze eigentlich von I am gesehen hab ähm damals war auch das Rebranding so von iMarkets Live so zu iMaster Academy gleichzeitig aber auch mit dem neuen Logo so mittlerweile mit diesem Logo hier was ich heute dementsprechend auf meinem Arm tragen kann ähm und ja der Punkt war so der dass ich eigentlich danach extrem ready war ich war ready ich kam zurück so ich wusste jetzt geht's nach Hause jetzt smash mir P2 jetzt smash mir P5 jetzt geht's road to German let's get it so ich hatte Energie wie kein anderer hab dementsprechend meine Teampartner angerufen und gesagt jetzt kommen wir zurück jetzt gibt's Momentum jetzt eskalieren wir komplett so okay bin nach Hause geflogen und dann passiert einer der größten Rückschläge eigentlich in meinem kompletten Leben so auf das ich eigentlich nicht so wirklich gehofft hatte so ich kam nach Hause und mein Mitbewohner war auf einmal nicht mehr da so hab dementsprechend was das angeht mich komplett allein gelassen was das angeht ähm hab dementsprechend deine Miete komplett gar nicht mehr irgendwie ansatzweise irgendwie bezahlen können so nicht mal ein Teil davon ähm ja und zwar war dann eigentlich auch so dass ich dann nach etwa einem Monat ähm noch gleichzeitig noch einen Kumpel ähm der der selber auf die Straße gesetzt wurde noch aufgenommen hatte also das heißt der wurde rausgeschmissen zu Hause ähm hab dementsprechend den aufgenommen also dementsprechend auch irgendwie ein Dach über dem Kopf hatte ähm der selber aber auch nichts zahlen konnte weil er selber auch arbeitslos war so das heißt eigentlich ja viel geholfen hat es mir nicht aber ich wollte dementsprechend trotzdem irgendwie ihm helfen weil es war ein guter Freund von mir ist klar ähm und hat dementsprechend ihn aufgenommen und ähm war im Nachkrieg nein die schlimmste Entscheidung von meinem ganzen Leben so ähm ähm der Punkt war dann zuerst ging dementsprechend dann zwei Monaten dann war ich dementsprechend dann ähm ja im Ausland so für eine Woche ähm und als ich dementsprechend dann zurückkam war es ganz schlimm dann kann dann 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 war es ein Schock für mich vom Leben so ich kam zurück und die Wohnungen waren komplett verwüstet Türen waren rausgerissen eingetreten alles war kaputt inklusive dementsprechend mein sogenannter Freund Kumpel war dementsprechend weg so ähm hab dann danach auch nie wieder was das angeht so gesehen ähm und ziemlich schnell stand dann eigentlich auch schon die Verwaltung vor der Tür und hab mich dann direkt aus der Wohnung rausgeschmissen und da bekam ich dann eine schöne Rechnung auf einmal im Wert von 20.000 so und meine Schulden waren auf einmal bei 30.000 und ich war an einem Punkt wo bei mir gar nichts mehr ging so und da beginnt bei Garn eigentlich für mich eigentlich das heftigste der heftigste Rückschlag in meinem Leben so ähm hatte gleichzeitig auch ich war ja auch schon seit Anfang an ähm seit Anfang meine 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 mit mit dem Business gestartet bin ähm ähm habe ich auch Nina kennengelernt bin mit Nina zusammengekommen und da war es auch die Zeit eigentlich als wir dann beziehungsunterbruch sag ich jetzt mal auch hatten in dieser Zeit weil es halt äh auch dort nicht gut lief psychisch bei mir halt so halt äh komplett alles eigentlich um mich herum gar nicht mehr gut lief so auch mit Freunden oder sonst was ähm und dann war es eigentlich so dass ich dann eigentlich auf der Straße landete so das heißt ich hatte dann so diesen Moment dass ich auf der Straße gelandet bin meine Eltern die mich eigentlich nicht mehr unterstützen wollten ähm ja weil halt zu viel in der Vergangenheit lief selber dementsprechend mein Dad ich meine mit seiner Freundin so halt irgendwie keine Ahnung irgendwie so meinen Augen halt gebrainwasht wurde sag ich jetzt mal dass er dementsprechend komplett auf dieser Seite stand das Gefühl hatte macht er macht dein Ding jetzt alleine so dem so ich will nichts mehr von dem hören ähm und ja hat dementsprechend dann erstmal für mich ja gedacht so okay was soll ich jetzt genau machen ähm ja hab dann mehrere Wochen draußen gepinnt hab dementsprechend aber auch bei verschiedenen Freunden mal übernachten können gleichzeitig aber auch hab mich ja heute einem von meinen besten Freunden dementsprechend auch aufgenommen ihr kennt ihn alle dementsprechend und so Dani Dani Moreno dementsprechend wo dann dementsprechend wo ich eigentlich nicht eine extrem starke Bindung zu ihm hatte ähm ich war aber bei ihm in der Organisation und er mich angerufen hat und gesagt hat Bro komm hierher so hat mir dementsprechend sein Zimmer freigestellt hat mich dementsprechend dorthin getan äh mit den lieben mit der lieben Mia vielen Dank an euch zwei auf jeden Fall auch nochmals ähm so wo sie dementsprechend mir einen Platz zum Schlafen gegeben hatten was für mich damals halt alles war so ihr müsst euch vorstellen ich war ich hatte damals meine kompletten Kleider äh und alles was ich eigentlich hatte von einer in meiner Wohnung war alles in einer Garage ständig so ich hatte nix so ich hatte eine Garage die ich die ich irgendwie bekommen hatte so hab alles dort reingepackt alles komplett so hab alles irgendwie dort reingeschmissen ähm musste dort nämlich meine Kleider holen um umzuziehen so dass ich mich irgendwie umkleiden kann oder sonst was äh wegen Duscht oder sonst was irgendwie irgendwo schauen können beim Kunden mal dort oder sonst was das war eigentlich eine extrem happige schwierige Zeit sag ich jetzt mal für mich und dann kam es halt wirklich so dass halt psychisch sag ich jetzt mal ich immer mehr ja psychische Probleme hatte immer mehr in Depressionen fiel eine extrem starke Depression ähm das Schultenberg dementsprechend immer höher stieg und stieg und stieg und stieg ähm und dann kam dementsprechend auch der Moment in meinem Leben wo ich dann extrem suizidgefährdet war selber versucht hatte äh ja selber versucht hatte äh mir das Leben zu nehmen und ähm hat zum Glück natürlich auch jetzt im Nachhinein nicht geklappt ähm ja wo wo ich an dem Punkt war wo ich selber für mich gesagt habe ich sehe den Sinn im Leben nicht mehr ich will nicht mehr leben es ist für die Menschen die selber mal in Depressionen waren oder sonst was oder immer noch sind so ihr wisst genau wie es mal ist wenn du mal so richtig drin bist dann ist alles in Richtung einfach egal so ähm und du siehst einfach diesen Sinn nicht mehr und das war für mich so der Moment wo ich nicht mehr wollte ich wollte nicht mehr leben weil ich dachte ich bin jetzt 18 meine 18 Jahre habe ich bis jetzt einfach nur beschissen beschissen sei es aufgewachsen sei es dort sei es dort sei es dort es war einfach nur beschissen so und ich hatte irgendwo doch nichts wo ich mich zurückblicken konnte und sagen konnte das ist das war mega Hammer das war mega crazy und das war mega schöne Momente oder sonst was mit der Familie oder sonst was nee so und durch das habe ich dann versucht hat wie gesagt zum Glück nicht geklappt es kam dann auch die Polizei ähm hab mich dementsprechend auch festgenommen wollte mich dann dementsprechend einweisen lassen in der Klinik wurde dann aber irgendwo doch trotzdem nicht eingewiesen weil dann auch noch Nina irgendwie dann noch bei meiner Seite war noch gut mit denen geredet hatte ähm und dann zum Glück auch zu mir zurückkam was das angeht ähm und es war dann eigentlich so ähm ja es war dann eigentlich so dass ich dann der Moment war wo ich eigentlich rausgekommen bin dort aus dieser Polizeistation und hab dann eigentlich für mich verstanden dass Aufgeben einfach nichts bringt so weil ich war so kurz davor ich hab's hab's ich war kurz davor sag ich jetzt mal diese eigene Sache zu tun und es hat nicht geklappt zum Glück so aber danach als mir klar wurde was das was ich überhaupt gemacht habe an was für einem Punkt ich überhaupt gestanden bin war für mich so der Moment wo ich für mich gesagt hab so okay hör auf das bringt nichts so das bringt nichts das bringt nichts der mir sprechen aufzugeben so es gibt immer irgendwo durch einen Ausweg so egal was es ist und egal wo da hab ich hab ich mal zurückblickt und dann hab ich mal verstanden was für Hürden was für eine Scheiße ich eigentlich durchleben musste die letzten Jahre und ich hab für mich verstanden habe schlussendlich bin ich jetzt trotzdem da schlussendlich hab ich es ja trotzdem irgendwann durchgeschafft jetzt hier zu sein ob jetzt gut oder nicht ich lebe noch ich lebe immer noch hier in der Schweiz so hab vielleicht aktuell nicht ein Dach im Kopf aber auch das kommt es gibt Menschen die sind noch viel viel schlimmer in Situationen und das hab ich hab ich damals so ging damals so durch meinen Kopf und da war es so ein Moment wo ich dann auch für mich verstanden habe okay das Ganze bringt nichts du musst weitermachen so hab dann aber wirklich selber für mich gesagt ich muss dementsprechend einfach mal das Business ein kleiner Break machen also ich hab immer noch Business gemacht aber ich musste das auch noch verlangsamen sag ich jetzt mal und musste dementsprechend dann mich an drei Jobs widmen sag ich jetzt mal hab dann drei Jobs gleichzeitig gemacht um irgendwie die Schulden abzuzahlen abends Pizza kuriere in der Nacht dementsprechend hab ich Zeitungen verteilt tagsüber war ich Hilfsmitarbeiter in einer Logistikfirma hab dementsprechend halt immer eigentlich der Tagesablauf war eigentlich so dass ich immer von was war das von 19 Uhr bis 23 Uhr war ich Pizza ausliefern von morgen um 3 war es bis morgen um 7 war ich dementsprechend Zeitungen verteilen und von morgen um 9 bis um 17 Uhr abends war ich als Logistiker arbeiten so das hab ich dementsprechend drei Monate komplett so gemacht komplett so durchgezogen um irgendwie die Schulden ein wenig abzuzahlen ähm hab dementsprechend dann das nach ähm ja hab dementsprechend dann um die roundabout was waren das vier Monate um das rum ähm das bis ja das Business ein bisschen auf die Seite gelegt ein bisschen längsamer sag ich jetzt gemacht sag ich jetzt mal um einfach das Leben ein wenig in den Griff zu bekommen um einfach selber psychisch wieder auf normalen Zustand zu kommen dass ich selber mich wieder überhaupt im Spiegel ansehen kann so ähm ähm ja es war eine extrem schwierige Zeit auf jeden Fall und ja der Punkt war dann so der nach circa 6 Monaten ähm hatte ich dann auf einmal nur noch einen Job ähm wo ich 100% gearbeitet hatte so auch in der Logistikfirma ähm wollte dann aber auch ins Business zurückkommen so ähm hab dann gesagt hey ich will wieder relaunchen ich will Vollgas geben so ich will wieder ins Business rein so ähm hab dann dementsprechend meine alte mich bei meiner alten Upline gemeldet ähm um wieder loslegen zu können und dann kam dementsprechend dann die Info von meiner von meiner ehemaligen Upline damals und zwar so hey ähm wir sind nicht mehr Bayern wir haben die Company gewechselt so und zwar für mich erstmal so in diesen Schux weil ich so dachte so okay what the fuck was geht hier ab so ähm und sie gleichzeitig aber auch er gleichzeitig auch gesagt hat ja das ganze Team ist schon da haben wir schon rübergezogen bla 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 ähm und da hab ich mir halt nicht viel gedacht weil er war meine einzige Ansprechperson damals und ich hab damals einfach gesagt okay easy starten wir das Ding let's get it so hab das Ganze dann gestartet ähm ja bei einem neuen Kumpel an einem anderen Trading Network sag ich jetzt mal und hab dementsprechend nach einer Woche schon für mich gecheckt ist so no way das ist dementsprechend zu 100% nicht vergleichbar mit iMaster Academy so ähm die 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 Culture dort war nicht da familiär war gar nicht da so es war alles so auf Umsatz 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 was das angeht so Network Gedränge des Grauens ähm hattest dementsprechend keine Produkte mit denen du dich anfreunden konntest ähm und ich konnte mich ich hab mich 0% wohl gefühlt da so hab dann hab ich wirklich halt dort das trotzdem irgendwie auch ein bisschen aufgebaut gemacht und getan so und dann gab's halt dieser Höhepunkt was eigentlich alles so verändert hat wo eigentlich für mich halt ähm ja mein Koppel das Leben sag ich jetzt mal auch in den letzten eineinhalb Jahre zwei Jahre jetzt mittlerweile bald schon ähm alles komplett verändert hat und zwar ähm hab ich dann tatsächlich nach sechs Monaten eine schöne wunderschöne Story gesehen von unserem lieben Dani ähm mit dem Flyer German 25 so das war im Januar glaube ich Januar oder Februar 2021 Februar glaube ich sogar ja Februar 2021 war ich auf Instagram hab dementsprechend diese Story gesehen und sah das ist ein Flyer German 25 sah auf einmal das ist ein Flyer German 10 von jemand anderem sah auf einmal auf einmal neuen Platinum 5000 und ich dachte mir einfach eine Sache in diesem Moment okay mit diesem System wo wir damals aufgebaut haben funktioniert dies nicht irgendwas muss anders sein irgendwas hat sich geändert irgendwas ist anders so hab mich dementsprechend dann ja ziemlich schnell eigentlich dann bei Dani gemeldet so hab dann mich mit Dani in Kontakt gesetzt und ähm irgendwie kam's dann dazu ja wir haben dann ein wenig miteinander geschrieben er hat irgendwie einen guten Pitch sag ich jetzt mal rausgehauen so hab mich ziemlich schnell gepitcht hab dann irgendwie auf einmal stand ich dann bei ihm im Kinderzimmer so und dachte so ey Bro was geht ähm haben wir ein wenig uns über allgemein mit Vergangenheit halt unterhalten so was abgelaufen ist und so weiter und so fort was alles so lief und damals und 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 hab mich dann dann in diesem Versprechen mich eingeweiht in die neuen Produkte so damals noch zum Beispiel auch mit der neuen Strategie damals gleich HFX viele kennen sie noch die einen kennen es vielleicht nicht mehr so die vielleicht dann wenn ich neuer sind ähm mit neuen HFX und ich hab damals so gecheckt das so boah crazy das Ding funktioniert boah mit dem Vollgas aufbauen okay hab da besprechen mich aber erst mal gesagt ich will jetzt nur erst das Trading nutzen so genau erst mal nur das Trading nutzen ähm um einfach erst mal selber ein wenig die Profite auch zu haben selber dieses äh ja dieses gespürt sag ich jetzt mal zu bekommen so der Punkt war der dass ich glaube ich nach drei Tagen schon begonnen hab mit Network so weil ich aber verstanden hab so okay geht nicht anders so weil ich lieb's ähm hab da besprechen mit HFX auseinandergesetzt hab verstanden so das Ding funktioniert zu 100% ähm und hab da besprechen das ganze Jahr halt mit dem ganzen also die Entscheidung damals hat wirklich getroffen zu starten wirklich neu zu launchen ähm bei einer Person wo ich wirklich weiß die schätzt mich der ist immer für mich da und der war in den schlimmsten Momenten in meinem ganzen Leben für mich da so und das ist unser Daniel Mann deswegen ist erinnert genau die Person die ich über alles liebe ich sag so mein bester Freund der mir sprechen wo ich alles für diese Person tun würde weil ich ganz genau weiß bei diesen Menschen dass es komplett egal ist was äh was was Ranks oder sonst was angeht ich meine ich war zu diesem Zeitpunkt damals unrankt ich war im Business gar nicht so aber trotzdem war er für mich da okay und das ist genau der springende Punkt was mir für mich einfach gezeigt hat was Familie bedeutet was I am ja wirklich hat und das ist genau Familie wo Menschen füreinander da sind egal ob Business egal ob menschlich oder sonst was so und ja jetzt dementsprechend eineinhalb Jahre später oder wenn ich mehr als eineinhalb Jahre später haben wir mehrere Funder Traders im Team haben dementsprechend mehrere hauptberufliche Networking Organisationen und sind dementsprechend ein German Team geworden haben hier selber hier drauf so viele wundervolle Menschen wo ich zu meiner Familie zählen kann wo ich selber sagen kann ich habe noch nie so eine Familie gehabt egal wie man Familie nennen kann aber ich habe dieses dieses Gespür diese Emotionen von Familie niemals bekommen aber durch euch habe ich es bekommen so durch jeden einzelnen von euch durch jeden einzelnen von euch durch jeden einzelnen Menschen von euch wo in mein Leben gekommen ist so wo ich dementsprechend euch kennenlernen durfte wo wir so viele Museumsmomente ja zusammen durchlebt haben so ähm ich will gar nicht was wir für Reisen schon hatten und 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 einfach ich ganz genau weiß dass egal was für Personen ich will jetzt nicht alles Menschen aufzählen aber mit egal was für Menschen hier drin so was für Dinge wir schon erlebt haben und was wir alles schon gemeistert haben und 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 wo ich einfach auch da sagen kann wirklich ein riesen riesen Dankeschön an jeden einzelnen hier ein riesen Dankeschön an IMSC Academy ein riesen Dankeschön an DNA ein riesen Dankeschön dementsprechend an komplett I am Germany so dass es jeden einzelnen hier gibt dass I am so ist wie es ist dass wir so sind wie wir sind weil genau das hilft Menschen aus dem ganzen rauszukommen das hat mir geholfen aus diesem ganzen Scheiß rauszukommen aus dieser Person dementsprechend eine komplett neue Person zu werden wenn ich zurückblicke so kommt mir fast was kotzen so wenn ich so sagen kann so wenn ich mir überlege was für Mensch ich war so aber Network Marketing habe mich zu diesem Mensch geformt wo ich heute bin I am habe mich zu diesem Mensch geformt wo ich heute bin okay und das ist halt einfach absolut crazy so jetzt was in diesem Weg und alles an welchem passiert ist wie gesagt was für mich jetzt überhaupt nicht einfach ist jetzt mal auch die ganze Story mit euch zu teilen genau so richtig in State reinzugehen wie gesagt habt ihr vielleicht auch gecheckt so komme ich nicht so ganz rein ich glaube das werde ich aber auch nie hinkriegen so weil das irgendwie so ganz tief bei mir tief im Herzen oder ganz ganz tief in mir drin halt einfach verankert ist und nicht raus will sag ich jetzt mal ähm jetzt kam mir vorhin auch fast so ein wenig so die Träne ist wirklich für mich ein schwieriger Moment selber schwierige Situation sowas auch zu teilen selber wirklich das ganze Applaus zu geben weil ich schäme mich für diesen Mensch wo ich damals war ich schäme mich für diese Person wo ich damals war ich schäme mich für das was ich damals alles getan habe so des Grauens so und trotzdem ist mir aber wichtig diese Story zu teilen weil ich ganz genau weiß dass es viele Menschen gibt die ähnliche Situation durchlebt haben in ähnlicher Situation aktuell sind um einfach dir wirklich diesen Glauben zu geben hey es ist komplett egal was ist es ist komplett egal was war es ist komplett egal was passieren wird zieh durch glaub mir es gibt immer einen Ausweg es gibt immer eine Lösung für alles zu 100% du wirst immer immer eine Lösung finden und du wirst zu 100% egal was du deinem Leben willst du wirst alles zu dir holen was du willst das spielt keine Rolle ob du aktuell eine Situation hast wo du aktuell oder aktuell in Situationen kommst wo du einfach alleine zu Hause sitzt weinst und einfach so denkst ey ich finde keinen Ausweg mehr es geht nicht mehr weiter es ist aktuell alles beschissen glaub mir der Moment wird wieder kommen wo du wieder lachen kannst der Moment wird wieder kommen wo du wieder glücklich bist wo du diese Glücksgefühle wieder in dir spürst der Moment wird wieder kommen so zu 100% und du sollst diesen Glauben auch durch mich irgendwo auch wenn ich bekomme dass egal was für Situation egal auf welchem Boden wie stark du diesen Boden berührst oder küsst sag ich jetzt mal es geht wieder bergauf es geht wieder bergauf zu 100% okay so beim letzten Finanzcrash so ging es runter aber es geht wieder rauf versteht wie ich meine so es geht immer wieder rauf so und das ist ganz wichtig das für dich zu verstehen und ja ich weiß nicht vielleicht ein ein oder andere wir beziehen dann wenn ich den Carl für die 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 da besprechen drauf bleiben wollen auf jeden Fall sehr cool aber ich denke mir am Schluss können wir auf jeden Fall auch noch gerne ich gebe euch nachher noch ein paar Punkte mit aber vielleicht auch falls ihr irgendwelche Fragen habt irgendwelche Q&A-Runden irgendwelche Dinge egal was es ist so nutzt die Zeit stellt mir auf jeden Fall jede einzelne Frage nutzt die Zeit wirklich alles zu stellen egal was ihr wissen wollt egal was für Struggles egal was für Situationen spielt Kumpel keine Rolle ähm ja nutzt die Zeit auf jeden Fall so ähm können wir auf jeden Fall mit Fragen durchlöcheln so was hast du für dein Mindset gemacht ähm an sich ähm was ich für mein Mindset gemacht habe so ich sag mal so damals war es eigentlich für mich so der springende Punkt der sag ich jetzt mal als ich aus dieser Situation rausgekommen bin aus diesen ganzen Tiefpunkten eigentlich ähm hat sich extrem mein Mindset eigentlich auch geswitcht so mein Mindset eigentlich so die Denkweise allgemein so aufs Leben so die Denkweise sag ich jetzt mal ähm ähm ja dass das Leben ist wie es ist so ähm also das System ist wie es ist sag ich jetzt mal und entweder gehst du dementsprechend ähm mit der Zeit ähm mit der Zeit oder du gehst nicht mit der Zeit sag ich jetzt mal und wie ich das dementsprechend mein Mindset selber halt ich sag jetzt mal business technisch auch aufgebaut habe ähm ähm ja war eigentlich so ganz simpel halt ganz normal in dem dass du halt dich wirklich jeden Tag hinsetzt und für dich verstehst okay ich nehme jetzt jeden einzelnen Tag diese Zeit und lese das mal lese Bücher Mentorship Calls Seminare egal was es ist genau das gleiche bist du auf einem Event bist du auf so einem Call bist du auf irgendwelchen anderen Calls sollst du die Person sein die einfach wirklich immer alles aufschreibt ich war damals die Person die egal an was für ein Seminar ich irgendwie war ich war die Person die geschrieben hat bis meine Hand halb geblutet hatte so aber nicht die Person die danach die Notizen nach Hause genommen hat hat und die Notizen dann irgendwie einfach verkrökelt und weg oder einfach irgendwo hingelegt oder ich es nicht mehr fand sondern ich hab diese Notizen genommen hab mich hingesetzt und hab damit entsprechend diese Dinge ausgearbeitet hab diese Dinge versucht zu duplizieren im Team hab versucht Dinge selber wo ich von oben bekommen habe selber zu zu sag ich jetzt mal zu versuchen bei meinem Team selber Dinge weiterzugeben und 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 ähm und genau so wirst du halt wirklich zu dieser Person indem dass du einerseits Dinge aufschreibst indem du selber dich wirklich diesen Willen hast dich auch wirklich weiterzuentwickeln indem du wirklich auch diesen Willen hast zu einem neuen Menschen zu werden okay zu einem neuen Person zu werden das ist ganz wichtig dass du wirklich bereit auch bist deine alte Person zu killen was das angeht und zu einer neuen Person zu werden so und halt eigentlich einfach konstant halt every day 30 Minuten sag ich immer so schön every fucking day so jeden Tag 30 Minuten Zeit nehmen sei es fürs Lesen Mentorship egal was es ist okay ähm was machst du mit Teampartnern die Ego haben und ihre Uplands überspringen ähm was machst du mit Teampartnern die Ego haben und ihre Uplands überspringen ähm sein lassen sein lassen eine Person die Ego hat ähm und nicht bereit ist sein Ego hinter sich zu lassen oder sein Ego zu killen der wird fallen und der wird gut Deutsch auf die Fresse fliegen und der wird wieder zu dir kommen oder auch nicht aber du kannst es nicht kontrollieren okay ähm weil du kannst einer Person die ein extrem starkes Ego hat nicht sagen hey du musst coachable sein oder soll es so und so sein weil die Personen wissen eh immer sie haben immer das Gefühl sie wissen das besser ähm und denken sowieso sie können Dinge besser ähm und schlussendlich werden sie dann irgendwann an die Wand laufen so deswegen lass die Person machen lass die Person ihren eigenen Fehler machen wenn sie nicht auf dich hören will und äh aus ihren eigenen Fehler lernen entweder lernt sie daraus kommt auf sich zurück oder sie lernt nichts daraus und dann ist es aber sein eigener Weg es hat gesagt aber ist meinen Augen der einzige Weg ähm ähm was kam da noch wenn du einen Satz der Nachwelt hinterlassen würdest hä was wenn du einen Satz der Nachwelt hinterlassen müsstest welcher wäre das wie meinst du Nachwelt Bro wenn du deinen Kindern ich mach mal kurz die andere Frage noch wenn du deinen Kindern drei Dinge mitgeben dürftest auf ihrem Lebensweg was würdest du ihnen mitgeben das ist okay ähm ähm erster Punkt ich würde dementsprechend ja es ist schwierig zu sagen aber ich würde meinen Kindern von von Anfang an dementsprechend die ähm von Anfang an so früh wie möglich eigentlich mal so ein wenig auch die Realität vom Leben eigentlich ein wenig vor Augen halten so ähm dementsprechend ihnen mitgeben dass ähm wie dass das Leben nicht einfach so ist wie man sich immer so sag ich jetzt mal im Traum vorstellt sondern dass du was dafür tun musst da dementsprechend dass du dementsprechend deine 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 Schule was auch immer alles abschließen muss soll dementsprechend ähm ganz ganz wichtiger Punkt sicher mal ähm ich würde den Personen mitgeben dass es äh schwierig zu sagen ich sag mal das ist einer der wichtigsten Punkte für mich so dass du ja meinen Kindern zu 100% würde ich mitgeben geh zur Schule mach deine Sachen ähm gleichzeitig aber auch würde ich meinem Kind mitgeben mach dein eigenes Ding so irgendwie durchaus auch ich unterstütze dich in jedem einzelnen Bereich aber schließt trotzdem zuerst mal die Schule ab schließt trotzdem dementsprechend Ausbildung ab aber mach dein eigenes Ding und glaub selber an dich das heißt meine Kinder wirklich von Anfang an auch diesen Glauben selber mitgeben starken Glauben an sich selber ähm von Anfang an auch klar machen und immer wieder klar machen dass ähm egal was sie im Leben wollen sie es immer haben sie sie alles bekommen was sie dementsprechend möchten weil bei uns Menschen ist ja immer so du hast am Anfang deine Träume und alles und irgendwann gehen hast du ein starkes Selbstbewusstsein und es wird dir eingeredet du kannst es nicht das geht nicht das geht nicht so und auf einmal dementsprechend sind äh Träume nicht mehr Träume sondern auf einmal gibt es sie gar nicht mehr sondern wirklich auch ja dieses Selbstbewusstsein immer mitzugeben diesen Glauben immer weitergeben zu können dass egal was ist egal wie lange es geht und egal was für Situation ähm dass sie alles erreichen können in ihrem Leben ja 100%ig ähm so dann was kam noch wie schön wäre es für dich diese Story einmal loszulassen oder wie willst du in Zukunft damit umgehen ähm 200% diese Story loszulassen 100% ein wichtiger Punkt ich denke aber auch ich habe irgendwann doch auch mit der Vergangenheit auch irgendwo gut auch abschließen können so ähm das vor 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 zwei sage ich jetzt mal zu eineinhalb zwei drei Jahren so sage ich mal habe ich gut abschließen können deswegen glaube ich ist es auch extrem schwierig für mich diese Story zu teilen weil ich heute extrem lange daran saß überhaupt alles aufzuschreiben weil mir Dinge überhaupt nicht mehr eingefallen sind so ähm weil ich das Ganze eigentlich wirklich hinter mir eigentlich gelassen habe aber ich trotzdem für mich wichtig finde diese Story mal zu teilen ähm aber in Zukunft definitiv also ich bleibe nicht mehr hängen an meiner Vergangenheit was das angeht gar nicht mehr blicke gar nicht mehr zurück sondern ich blicke eigentlich nur noch nach vorne genau ähm wie geht es dir heute um welche Ziele hast du bei IAM mir geht es extrem perfekt mir geht es extrem gut so ähm können mir eigentlich nicht besser gehen so ich bin extrem glücklich ich bin extrem dankbar so ähm jeden Tag eigentlich eigentlich habe durch IAM eigentlich wirklich diesen Glauben durch das Ganze gefunden auch hier ähm den Glauben an mich selber den Glauben an dementsprechend was äh was dementsprechend Größeres ähm wo ich eigentlich jeden Tag eigentlich wirklich in Dankbarkeit aufstehe und meine Ziele in meinem bei IAM meine Ziele bei IAM ist 200% ich werde mir niemals aufhören den Arsch aufzureißen bevor nicht jede einzelne Person in meiner Organisation die wirklich will dementsprechend seine Ziele erreicht hat yes wie gehst du mit Menschen um die sich einfach nicht mehr melden speziell diese die dir am Herzen liegen ähm ist eine extrem schwierige Situation extrem schwierige Sache weil ich da auch gerade ein zwei Leute so ein wenig im Kopf habe ähm ähm schwierig zu sagen so ähm Menschen dementsprechend sich einfach nicht mehr melden sage ich halt immer wieder mal zu melden klar würde ich automatisch machen so weil man den Menschen liebt aber an sich kannst du es halt nicht kontrollieren so an sich ist es eigentlich genauso die selbe Sache die Person muss so ein wenig seinen Weg gehen die Person muss selber ein wenig zu sich selber wieder finden und die Person wird sich dementsprechend selber bei dir melden wieder sobald dementsprechend die Person das auch erkannt hat selber aber du kannst halt Menschen nicht dieses was soll ich sagen diese Dinge aufzwingen was das angeht ist extrem schwierig für einen aber ja Personen immer wieder mal melden immer wieder mal fragen ob man sich treffen kann oder sonst was aber an sich so die Person kommt dann wieder wenn sie kommt so ist extrem schwierig ähm wie denkst du heute über die Fußballszene wenn du es bei anderen siehst komplett krank in meinen Augen komplett krank im Kopf jeden Einzelnen so denke mir das sind gestört so gleichzeitig ich klar aber ich denke mir oh mein Gott so ähm ja wenn ich an einem Fußballspiel bin dann komme ich voll wieder in Emotionen finde ich voll wieder geil so aber ähm nicht dementsprechend dass ich danach wieder das andere so sei ich dementsprechend das im Nachhinein dann passiert und die anderen Sachen vom Fußball aber diese Emotionen dann wieder im Fußballspiel sag ich jetzt mal in der Fankurve so wenn alle irgendwie singen oder machen ist eben noch extrem cool natürlich aber ähm alles draußen rum sag ich jetzt mal was die Fußballszene im Großen und Ganzen angeht so no way so nee gar nicht so verstehe kein hab gar keinen ich seh keinen Sinn dahinter ich hab kein Verständnis dafür so voll wie das letzte Mal ja voll Emotionen ja bro das war crazy voll yes 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 ja Hammer Hammer ja perfekt ähm an sich kann ich euch auf jeden Fall vielleicht noch ein zwei Learnings von mir mitgeben und zwar ist einfach so ein Learnings könnt ihr auf jeden Fall gerne aufschreiben ein Learning was ich auf jeden Fall mitgeben möchte ist ähm und das ist wirklich ein extrem wichtiger Punkt egal welche Situation du aktuell bist so und zwar egal ähm wenn du noch Ausbildung bist wenn du sonst irgendwie in einem Job bist oder sonst was ganz wichtig quitte niemals deinen Job zu früh so hör auf deine Ausbildung abzubrechen weil du gerade mal ein gutes Paycheck mal bekommen hast oder weil du das Gefühl hast okay ich bin jetzt als Beispiel aus Deutschland keine Ahnung P2 so und es geht jetzt Richtung P5 so ähm aber hast du in P5 noch nicht mal gehittet oder sonst was ähm ähm quitte niemals zu früh deinen Job hör auf irgendwie darüber nachzudenken irgendwie eine Ausbildung ähm abzubrechen ähm ja abzubrechen oder sonst was schau dementsprechend wirklich immer dass du feste Einnahmenquellen hast weil das ist genau der Grund wieso das bei mir halt diese 5,5 Jahre vielleicht ging dass ich jetzt hier stehe so ähm weil dementsprechend ich finanziellen Druck hatte weil ich finanzielle Struggers hatte weil ich halt dementsprechend genau damals ja ich hab bis heute keine Ausbildung klar es ist auch ohne gegangen aber es ist ein extrem harter Weg ich will dir einfach mitgeben schau wirklich dementsprechend dass du nicht so fliegen wie das Ganze ähm abbrichst oder was auch immer so Buchtipp so ähm Buchtipp The One Thing Bro so Hammerbuch das hab ich damals von Ilja auch wo du uns zwei glaubst sogar im Vollen Bro ähm The One Thing 200% gleichzeitig für so ich hab ne Ausbildung bei Jan das ist so genau perfekt so auf jeden Fall nächsten Punkt weil ich schon mitgeben kann von meinen Learnings ähm ist ganz wichtig da hat mir vorhin schon jemand der gefragt hat und zwar wirklich sink dein Ego Ego wird dich immer zum Scheitern bringen egal was ist Ego wird dich immer zerstören deswegen bring dein Ego runter so Ego wird dich immer gegen die Wand fangen egal was ist egal wann so deswegen wenn du das Gefühl hast du bist es vor wenn du das Gefühl hast du kannst das System neu machen du kannst das Rad neu erfinden ich kann dir hier ganz gut jetzt einfach hier gleich im Karl sagen nee kannst du nicht und wirst du nicht so pass dich an sei coachable senk dein Ego so du wirst auf die Fresse fallen so gut Deutsch sorry wenn es so sagen aber du wirst auf die Fresse fallen so deswegen senk dein Ego du bist nichts Besseres als jeder andere hier ich bin nicht besser als jeder andere hier kein Germanist oder irgendjemand ist besser als irgendjemand anders hier jeder ist gleichgestellt und das darfst du verstehen egal was für eine Position du hast egal wo du gerade stehst du bist nie ober an jemandem so du weißt nie mehr als alle anderen und du weißt auch nie alles so deswegen senk dein Ego ganz wichtig kann ich nochmal einen Punkt mitgeben dritter Punkt und zwar ja egal ob Partner dementsprechend oder Mensch ob du irgendwelche Partner oder Menschen also ob du irgendwelche Partner als Menschen dementsprechend nicht so magst als Person oder sonst was behandle wirklich jede Person gleich so ganz ganz wichtig ich habe damals das war ein Learning von mir damals ich habe gerade diesen Fehler gemacht ich hatte so meine Teams so in meinen Linien das eine Team waren genauso die Menschen mit denen ich immer gechillt habe oder sonst was mit denen habe ich immer meine meiste Zeit verbracht so und die andere Linie waren wenn ich Menschen wo ich halt nicht so ganz wo nicht so ganz gleich waren wie ich sage ich jetzt mal und durch das habe ich extrem diesen Fokus weggelegt von denen und deswegen will ich dir auch mitgeben hey wir sind eine Familie hier betrachte jede Person als eine Familie behandle jede Person als eine Familie okay ganz ganz wichtig so was ist die wichtigste Eigenschaft die man mitbringen muss um in German zu gehen ähm die wichtigste Eigenschaft ist zu 100% hartnäckig sein coachable sein every fucking day ähm humble ja consistency 100%ig durchzuziehen so weil der einzige Unterschied zwischen dem German und aktuell vielleicht dir ähm ist nichts anderes als der German mehr Neins erhalten hat als du ist einfach dass der die Person mehr durchgezogen hat als du aktuell noch oder längeren Weg hatte bisher als du die Herausforderungen mehr meistern musste als du so das ist der einzige dementsprechend Unterschied zwischen German und dir so deswegen halt wirklich selber halt coachable zu sein Ego runterzuschrauben consistency always be the hardest worker in your team every fucking day no days off egal wie viel egal wie lange das du tun musst egal ob du nicht mehr magst so es gibt auch Momente ich mag nicht mehr es gibt auch Momente wo ich nicht mehr mag wo ich keine Energie mehr habe wo ich keinen Bock mehr habe wo ich einfach denke so ein Tag wo einfach mal alles Dings ist aber weißt du was ich mache es trotzdem und das ist der Unterschied ich mache es trotzdem egal was aktuell ist egal wie ich mich fühle ich mache es trotzdem ich mache meine Arbeit ich mache meine Sachen ich mache meine To-Dos und das ist ganz wichtig weil so als German musst du halt auch verstehen leitest du ein Team von über 500 Menschen auch aus P5 leitest du ein Team von über 225 Menschen das sind Menschen die dir folgen das sind Menschen die zu dir hochschauen okay deswegen sei immer eine Vorbildfunktion sei immer die Person dementsprechend ja wo du selber ich sage immer betrachte dich immer frag dich immer selber möchte ich mich selber als Ablein halten so und das ist ganz wichtig okay jeder Mensch ist richtig wichtig gleichwert und anders genau perfekt ja an sich das letzte Löhne was ich mitgeben kann ist 200% Bau auf jeden Fall Culture Familie auf dementsprechend in deinem Teambau Beziehungen dementsprechend zu deinen Leuten auf weil nur so kreierst du halt wirklich selber großes Momentum und große Organisationen weil ohne Moment ohne Culture und ohne dementsprechend Beziehungsaufbau sage ich jetzt mal zu den Menschen selber wo du wirklich die Beziehung pflegst wirst du selber nie Momentum verspüren in deinem Business richtig und wirst nie wirklich extrem große Organisationen aufbauen so man sieht es alleine als Beispiel ganz ganz geiles Beispiel unsere lieben Leipziger hier ist genau so ein geiles Beispiel wo mir immer wieder einfällt die liebe Jackie so mit ihrem Team so muss man einfach mal wirklich so sagen so ich meine ich kenne kein Team das mehr säuft als die aber das ist ein Team so was wie viel Zeit die zusammen verbringen was die Menschen miteinander im Privaten auch unternehmen und 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 das ist eine extreme Familie so eine starke Familie geworden so die rennen alle gemeinsam füreinander und das ist extrem extrem crazy so haben wir jetzt aber mittlerweile jetzt auch bei uns in der DNA geschaffen so wo wir bei uns in der DNA halt wirklich extreme familiäre Culture haben bei uns ich meine ihr seht selber jede andere viele andere Strukturen die schauen aktuell gerade auf DNA was aktuell wie wie viele Mal ich eine Frage bekomme hey wie kreiert ihr überhaupt so eine Culture wie geht das wie macht ihr das so ist crazy so deswegen bau Culture auf so bau Familie auf Zeit für Menschen da im Privaten egal was weil als Networker als Leader bist du nicht einfach Networker der Leute einschreibt sondern als Leader bist du dementsprechend gleichzeitig du bist ein Therapeut okay du bist ein Psychiater du bist alles du bist alles so du bist ein Freund du bist egal was und es ist egal wie es dir gerade geht und das ist extrem wichtig zu verstehen du bist trotzdem noch da für die Menschen okay das ist ganz wichtig es ist ein Geben und es ist ein Nehmen hier okay und das ist ganz wichtig zu verstehen und viele sehen halt immer nur den Profit oder sehen immer nur die Arbeit die geleistet werden muss um gewisse Resultate zu erzielen oder um gewisse sagen wir mal Dinge zu erreichen so aber wichtig für dich zu verstehen ist dass es nicht um das geht nicht um die Money Making Activities die du jeden Tag an den Tag also an den Tag legst so sondern es geht um die Dinge im Hintergrund was für eine Culture hast du wie stärkst du das Ganze weil klar kannst du eine schnelle große Organisation aufbauen innerhalb von kürzester Zeit okay wo du alles über Zoom machst ich garantiere dir aber dieses Team geht ziemlich schnell wieder runter weil Stabilität und Momentum kreierst du dementsprechend nur durch wirklich starke Culture und durch Inspiration so das ist ein wichtiger Punkt zu verstehen deswegen du brauchst Culture in deinem Team wenn du Stabilität in deinem Team bist so du brauchst Culture in deinem Team wenn du dementsprechend wirklich ganz nach oben bist und wirklich stabile Ranks in deinem Team haben willst so deswegen Culture 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 okay ich gebe dementsprechend für die die noch Bock haben noch ganz kurz vier Punkte zu vier Punkte mit einfach so einfach dementsprechend um so einfach mal reinzugehen dann sage ich jetzt mal das ganze Go All In nenne ich das ganze Go All In ich habe das schon mal einen Karl darüber gemacht Go All In sage ich jetzt mal ein Fuck Excuses so würde dementsprechend wirklich auf deine ein gut Deutsch Twitter welchen Dings wo ich keinen Blatt vor den Mund nehme gut Deutsch einen Fick auf dementsprechend Ausreden gibst und ja der Punkt ist was für Punkte brauchst du dementsprechend oder was für Punkte braucht es allgemein genau wirklich um all inzugehen im Business okay der erste Punkt der mich dementsprechend heute starten möchte oder wo ich euch heute mitgeben möchte ist triff eine Entscheidung I am also I am zu deiner Priorität zu machen triff die Entscheidung I master Academy zu einer Priorität zu machen so ganz 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 ein wichtiger Punkt so es ist ganz wichtig dass du verstehen darfst dass du in diesem Business ähm erst wirklich erfolgreich werden willst und erst komplett ganz ganz nach oben gehen wirst wenn du und wenn du das wirklich willst dass du wirklich dieses Business als Priorität zählen musst okay wenn du ein Restaurant aufmachst stell dir das mal so vor wenn du ein Restaurant aufmachst und du bezahlst jetzt keine Ahnung um die 100.000 für die Lizenz um alles zu machen und nur sagen wir 120.000 um 50.000 und so investierst du hast du auch von der Bank aufgenommen und um Kredite bist dementsprechend was das angeht in Schulden und musst dementsprechend das Ganze finanzieren und machen und tun okay wie behandelst du dann dieses Restaurant wie behandelst du dein eigenes Baby wie behandelst du dieses Business also nicht dieses Business sondern damals wenn du jetzt denkst wie behandelst du das wie behandelst du dieses Unternehmen ich denke nicht dass du dann die Person bist du einfach mal am Abend sagst heute chill ich mal wenn ich zu Hause so heute mach ich mal wenn ich nix oder morgen mach ich mal wenn ich was nee du bist jeden Tag 100% all in du bist jeden Tag 100% da du siehst das Business zu 100% als Priorität und weil du dieses Business als Priorität siehst klappt das Ganze auch mit der Zeit okay genau durch das wirst du damit sprechen auch dieses Restaurant oder was auch immer auf eine gewisse Ebene bringen können so das heißt ein ganz wichtiger Punkt dieses Business als Priorität zu sehen wenn du dieses Business nicht als Priorität siehst so da wirst du dementsprechend auch niemals genau die gleiche Sache dann behandelst du dieses Business nicht als ein Business sondern du behandelst dieses Business dementsprechend als ein Hobby und genau dann wirst du auch als ein Hobby bezahlt und bekommst Hobby Paychecks so das heißt wenn du dich fragst wieso struggle ich wieso mach ich das wieso mach ich das wieso mach ich das wieso läuft es seit einiger Zeit nicht wieso macht es dementsprechend das so wieso habe ich dementsprechend noch nicht diese Resultate die ich mir gewünscht habe dann reflektiere dich doch auch mal selber wie sehr bist du in der letzten Zeit wirklich all hingegangen wie sehr behandelst du dieses Business wirklich als Priorität genau dasselbe ist hart aber hat ein Dad Geburtstag ok mir persönlich scheißegal was machst du in dieser Situation baust du weiterhin Business auf oder sagst du nehm ein Dad hat heute Geburtstag ich muss jetzt den kompletten Tag muss ich jetzt Business auf die Seite schieben weil es gibt so Menschen oder ich habe heute Geburtstag heute nehme ich mir Auszeit so das sind solche Dinge wo genau ausmachen ob Business Priorität ist oder nicht ob Erfolg wirklich genau genug stark ist oder nicht für dich ob wirklich für dich diesen Anreiz dieses Burning Desire in dir drin wirklich genug stark ist um wirklich alles zu geben um wirklich erfolgreich zu werden um wirklich German zu gehen weil meine Priorität ist ganz oben ich gehe German und es geht no matter what komplett scheiß egal was sonst ist egal was sonst passiert und das Business Priorität siehst und verstehst dass ich hier all hingehe dass du hier wirklich jeden Tag alles gibst no days off dann wirst du zu 100% das Ziel erreichen du wirst zu 100% aus dem Business bezahlt auch wenn es vielleicht nicht gleich von heute auf morgen ist aber du wirst auch 100% aus dem Business bezahlt weil du dieses Business als Priorität siehst und das ist so der erste und wichtigste Punkt go all in and fuck excuse und zwar das ist gerade der erste Punkt dass du wirklich erfolgreich wirst du zu 100% dass du jetzt wirklich German gehst und das sind so die vier Punkte die ich wirklich für das mitgeben kann wie gehst du German und zwar nimm I am als deine erste Priorität und das darfst du dir aufschreiben diese Punkte darfst du dir aufschreiben wenn du in diesem Business wirklich German gehen willst wenn du hier wirklich German gehen willst okay das heißt erster Punkt I am zu 100% aus deiner Priorität auch zu machen der zweite Punkt ist das sogenannte schöne Ego okay ich habe viele Menschen schon gesehen die ein extrem großes Ego gehabt haben und die Menschen sind gefallen warum weil sie auf ihr Ego dementsprechend aufgebaut haben okay weil sie dementsprechend auf falschen Werten aufgebaut haben so das heißt frag dich selber kannst du ehrlich mit dir selbst sein kannst du ehrlich selber zugeben was für Fehler du machst kannst du ehrlich zugeben was du falsch gemacht hast kannst du das sei zu dir selber ehrlich kannst du selber zu dir 100% ehrlich sein dementsprechend ob du ja ob du was für Fehler du machst was für Fehler du gemacht hast das ganze Reflektieren und das ist ein extrem wichtiger Punkt okay so dass du wirklich verstehst dass die Menschen die nämlich ein Ego haben die werden fallen jeder einzelne das heißt hast du ein starkes Ego kannst du nicht selber zu dir ehrlich sein dass du gerade was falsch machst dass vielleicht genau du einen Fehler gemacht hast wenn dein Ablein sagt hey vielleicht müssen wir das trotzdem so machen und du einfach mal sagst ja sorry hast recht safe ich muss was ändern bam bam oder einfach gar nicht sagst und einfach coachable bist einfach die Dinge aufnimmst und einfach machst egal ob es dir gerade auf den Sack geht oder nicht ich hatte auch schon Simon wo mir Dinge gesagt hat und ich dachte komm jetzt aber trotzdem habe ich es aufgenommen und habe es nämlich angepasst wieso weil ich im Hinterkopf wusste er ist dort wo ich hin will ich muss diese Dinge aufnehmen okay das heißt sink dein Ego hast du ein Ego wirst du wirst du an die Wand fahren zu 100% egal ob es dein Partner ist in deinem Business egal ob es dementsprechend deine Downline ist deine direkte Abline oder sonst wer egal ob es dann wirklich dein Beziehungspartner ist wo du mit in deinem Business bist das ist extrem schwierig da aber sink dein Ego und du musst einfach verstehen ist eine Person länger als du am Start oder hat eine Person einen höheren Rank als du sorry wenn ich das so sage aber dann hast du den Mund zu halten und zuzuhören und nichts zu sagen okay wenn ich mit einer Person wenn ich mit einem Daniel oder sonst was hast du das Gefühl ich würde mich jemals rechtfertigen bei einem Simon oder sonst wem ich höre zu und ich setze Dinge um ich habe die Schnauze zu halten okay ganz wichtig zu verstehen so deswegen Ego runterschrauben du bist nicht Gott oder sonst was bin ich nicht ist niemand du bist nicht die Person die jetzt alles weiß und der Network Alpha nee wirst du auch nie so sein du bist für dich dein eigener Network Alpha was das angeht ja aber sink dein Ego und hab nicht das Gefühl du bist es jetzt läuft es durch die Gegend die Leute denken so was bist du für ein heftiger Typ weil du mit dieser Einstellung hier bist dann besprechen halt German zu gehen sag ich jetzt mal und dann einfach boah ich bin jetzt German so wirst du auch nicht German gehen okay und das ist ganz wichtig zu verstehen weil wir reden hier nur von Ranks das sind nur Ranks German ist nur ein Ranker das geht nur von Platinum 5000 auf German 10 das ist nur ein Ranker okay aber um P5 auch zu gehen um P2 P5 zu gehen so auch da hat es schon damit zu tun sink dein Ego um danach auf den nächsten auf den nächsten Rank zu kommen sink dein Ego weil Ego will always kill you zu 100% es wird dich killen eines Tages kommt der Moment und dein Business wird fallen so ob du es verstehen willst oder nicht entweder wird sich dein Team gegen dich wenden oder dementsprechend die Leute oben an die haben gar keinen Punkt mehr mit dir zu arbeiten okay deswegen sink dein Ego ganz wichtiger Punkt so ähm dritter Punkt Ausreden Excuses so frag dich selber was für eine Ausrede du jetzt gerade hast frag dich selber aktuell was für eine Ausrede hast du jetzt gerade ähm was sind dementsprechend deine Ausrede um hier nicht 100% durchzuziehen frag dich einfach mal selber was ist aktuell dementsprechend was sind deine Ausrede um hier nicht 100% durchzuziehen was hält dich davon ab all in zu gehen ich meine vor 8 Jahren war die Frage wie gehe ich German so vor 8 Jahren war die Frage noch wie gehe ich German so heute fragt man sich aber nicht wie gehe ich German heute fragt man sich wie gehe ich nicht German weil ich sag dir ehrlich wenn du nicht innerhalb von 3 4 5 Jahren 6 Jahren maximal nicht German gehst dann hast du zu 100% was falsch gemacht dann hast du 100% was falsch gemacht so weil wenn du siehst dass dich dementsprechend was ablenkt von deinem Ziel dann kill es und das ist ganz wichtig zu verstehen wenn du irgendwelche Dinge hast oder sonst was dann kill es weil schlussendlich wird es dich am Ende killen ok und deswegen ist es ganz wichtig für dich zu verstehen dass du dass du dass du dich einfach mal selber dass du dich wirklich einfach mal selber fragst jetzt wirklich mal reflektier dich wirklich mal selber oder stell dir die Frage heute Abend wirklich mal selber wieso was hab ich für einen Grund um nicht hier ab heute all in zu gehen um nicht hier all in 100% Vollgas zu gehen für die nächsten Jahre was hast du für einen Grund was hast du für eine Ausrede gar keine es gibt auch keine Ausrede ok du gibst dir deine eigenen Ausreden so und das ist der springende Punkt weil wenn du Leute wenn du das Gefühl hast so ok Menschen gehen in 2 Jahre oder 1 Jahr oder 3 Jahre es geht gar nicht darum wie schnell das jemand German geht ok aber ich sag mal in einem Durchschnitt von 3 4, 5 Jahren oder sag mal 4, 5 Jahren wenn du diese Zeit nicht German gehst dann hast du selber wenn du wirklich German gehen willst und wirklich diese all in Mentalität hast hast du was falsch gemacht weil da bist du nicht all in gegangen dann hast du nicht auf Excuses ja dementsprechend Fick gegeben was das angeht hast du nicht dementsprechend einfach gesagt ok ich ziehe jetzt komplett durch sondern du hast dich ablenken lassen du hast dich ablenken lassen von anderen Dingen du bist jetzt zurückgefahren in alte Situationen und das ist genau der springende Punkt wenn du Dinge hast die dich ablenken wenn du Dinge hast wo du dementsprechend rausgehst wo du gerade wieder die Möglichkeit hast wo du gefragt wirst hey lass jetzt aktuell wenn du jetzt gerade die Frage bekommen würdest es ist jetzt gerade ein schöner Sommertag es ist jetzt gerade schön draußen und du bekommst jetzt einen Anruf und du wirst gefragt hey Bro was geht ab oder hey keine Ahnung was geht ab wir nennen euch ja mittlerweile auch Bro aber hey was geht ab kommst auch raus kommst auch dementsprechend grillieren oder was auch immer was würdest du antworten hey es ist mega schön komm doch auch noch kurz raus komm doch auch kurz ins Freibad was würdest du in dieser Situation machen würdest du dementsprechend gehen oder würdest du sitzen bleiben und hasten würdest du sitzen bleiben und machen und das ist die Frage die du stellen darfst ok weil das ist der springende Punkt was ich die letzten Jahre mache das ist der Punkt wieso ich in diesem Sommer ständig mit 25 gefüllten Ventilatoren die mir hier gesessen sind und ständig unsere Cars geballert haben ich weiß dass einige hier drin genauso aber ich will dir das einfach so mitgeben das ist ein sehr wichtiger Punkt ist weil ich will dir diese Punkte mitgeben was es braucht um German zu gehen nicht was es braucht um P600 P1K oder P2K zu gehen sondern wirklich was es braucht um German zu gehen ok und das ist auch wichtig für dich zu verstehen dass du wirklich verstehst dass diese Ausreden keinen Platz haben das macht keinen Sinn hast du eine Ausrede und sagst es ist deine Ablein denkst du deine Ablein interessiert das denkst du du sagst ich kann jetzt nicht wegen dem ich fühle mich aktuell jetzt gerade nicht so gut denkst du deine Ablein interessiert das irgendwie es ist dein Business es ist dein Baby es ist deine Zukunft es ist die Zukunft von deinen zukünftigen Kindern es ist die Zukunft von deinen Eltern es ist die Zukunft von jedem einzelnen Ängsten in deinem Leben ok das heißt du machst die Ausrede für dich selber du verarschst dich nur selber du lügst dich nur selber an deswegen lenk dich nicht ab kill diese Dinge wenn du dementsprechend diese Dinge hast und dich nicht ablenken kannst dann mach es klar wenn du im Freundeskreis du weißt dementsprechend ich will für die nächste Zeit durchziehen dann sag es ihnen auch kommuniziere es und sag es ich werde es für die nächste Zeit durchziehen ich habe es für die nächste Zeit dementsprechend nicht so viel Zeit ich bin immer noch da für euch aber ich werde mich jetzt auf mein Business mehr fokussieren kommuniziere das mach den Step weil du willst was aus deinem Leben machen du willst was aus diesem Business machen ok und genau deswegen ist es wichtig durchzuziehen deswegen ist es wichtig in diesem Business auf Ausreden oder auf irgendwelche Dinge die dich ablenken einfach zu verzichten diese Dinge auf die Seite zu legen ok ganz wichtig und der vierte Punkt und der letzte Punkt ist Verzicht so schreib einfach mal jetzt mal ganz kurz eine 7 in den Chat oder schreib ja schreib mal eine 7 in den Chat weil German gehen will schreib mal eine 7 in den Chat weil German gehen will ok ok einige ok perfekt so schreib mal ok warte mal machen wir es mal so schreib mal eine 8 wer möchte 7 figure trader oder allgemein 7 figure werden ok ok so andere Frage wer von euch möchte eine neue Person werden einmal eine 1 wer von euch möchte eine neue Person werden ok perfekt weil der Punkt ist jeder will eigentlich eine neue Person werden ok jeder will eine neue Person werden aber nicht jeder ist bereit die alte Person zu kennen checkst du was du willst eine neue Person werden du willst so eine neue Person werden aber bist nicht bereit eine alte Person zu kennen und die hinter dir zu lassen das ist der größte das ist der größte Punkt wieso dass du vielleicht gerade nicht vorwärts kommst das ist der größte Punkt wieso dass du gerade zum Beispiel vielleicht am struggling bist ok so weil jeder möchte German werden ist aber nicht bereit die alte Person zu kennen ist aber nicht bereit den Preis dafür zu zahlen ist aber nicht bereit die Veränderung zuzulassen ist aber nicht bereit Dinge auf die Seite zu schieben ist aber nicht bereit mit Dingen abzuschließen um Platz für Neues zu schaffen weil jeder hier drin sagt gerade will nur eine neue Person werden jeder hier drin schreibt es rein aber du musst auch bereit sein deine alte Person dein altes Ich hinter dir zu lassen und ein neues Ich soll jetzt meinen Empfang zu nehmen offen zu sein dafür ok ganz wichtig mach mal ganz kurz sonst mach mal ganz kurz eine Übung mach mal ganz kurz einfach jeder mal kurz hier seine Augen zu ok mach mal kurz jeder seine Augen zu ich seh dem Sprich nur die Cam's ihr müsst auch nicht eure Cam's jetzt ausschalten so jeder auch mal ganz kurz eure Augen zu ok und jetzt denkt mal ganz genau an euer Warum nach in diesem Moment ganz ganz stark denkt jetzt ganz ganz stark jetzt einfach mal an euer Warum nach warum ihr hier gestartet sind warum ihr dieses Business macht warum ihr das Ganze durchzieht denk an dein Warum ganz tief und jetzt sag ich zu dir hey bald ist wieder Sommer lass uns See gehen lass uns wieder Fußball spielen gehen jetzt frag dich selber sind es diese Ablenkungen wirklich wert das darfst deine Augen wieder aufmachen sind es diese Ablenkungen wirklich wert du hast es ganz ganz tief ganz ganz stark an deinem Warum jetzt dementsprechend gedacht wieso du dieses Business gestartet hast ok und jetzt wird es Sommerzeit und ich sag dir dementsprechend hey lass rausgehen lass Segen lass chillen gehen sind es diese Ablenkungen wirklich wert nicht durchzuziehen weil wenn ja dann zeigt mir das dementsprechend eine Sache und zwar was für eine schwache Person du bist und wie schwach dementsprechend dein Warum ist ok nein 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 perfekt so weil never make your fucking why flexibel und das ist ein ganz wichtiger Punkt mach niemals dein Warum flexibel ja heute mach ich was für das Warum aber morgen nicht mehr dein Warum muss an höchster Priorität sein ok du verschwindest Zeit währenddem deine Eltern dementsprechend am Samstag arbeiten müssen du verschwindest Zeit währenddem dementsprechend Zeit währenddem die Zeit deiner Eltern sowie deines Warum tickt und tickt und tickt ok kannst du jeden Tag in den Spiegel schauen dass du heute alles getan hast für dein Warum dass du heute 100% gegeben hast das ist ein ganz wichtiger Punkt ok deswegen ist ganz wichtig zu verstehen mach dementsprechend dein Warum niemals flexibel und dein Warum muss jedes Mal eine höchste Priorität sein egal was ist egal wie egal wann weil wie gesagt die Zeit deiner Eltern tickt und du hast jetzt ganz tief mal an dein Warum gedacht du hast jetzt mal wirklich an dein Warum vor Augen gehalten lies es sehr sehr gerne danach nochmals durch ich weiß jeder von euch hat es aufgestiegen lies es durch ich lies es mir immer wieder durch die ganze Zeit und wieder back zu dem ganzen zu kommen back in diesem Flow zu kommen oder in diesem Flow zu bleiben soll ich jetzt mal und dann wirklich wie gesagt wenn dann ein Anruf kommt und jemand dich fragt lass mal ausgehen chillen ist es dir wirklich sorry wenn ich so sage aber ist das Leben deiner Ängsten wirklich so scheißegal dass du dann sagst okay ja weil du hast hier ein Multimilliarden Business okay das darfst du verstehen und wie ich schon gesagt habe das sind vier Punkte wo ich mitgeben will auch um zu gehen warum wäre ich vielleicht hart sind für die eine oder andere Person wo vielleicht ich mal nicht so ein Blatt vom Mund nehme ja aber wo du zu 100% zu hören wo du zu 100% hören musst weil das sind extrem wichtige Punkte und deswegen jeder sagt hier nein jeder sagt hier dementsprechend dass es diese Ablenkungen nicht wert sind jeder sagt hier dementsprechend für was er am Start ist und ich will euch auch schon mal sagen nur alleine schon du bist nur alleine schon auf dem perfekten Weg alleine schon weil du schon über eineinhalb Stunden auf diesem Karl bist gehörst in meinen Augen zu dem verdammten Gewinner gehörst in meinen Augen genau zu diesen Personen die einfach coachable sind humble sind die einfach weitermachen wollen die weiter lernen wollen ok und deswegen will ich dir einfach von diesen Punkten mitgeben ok das waren harte Punkte ja aber zum Ende jetzt einfach weg gehen dass egal was ist egal wohin es geht egal was für Herausforderungen sonst noch kommen werden die Herausforderungen werden kommen ok sie werden kommen so das wird passieren versuch dich nicht irgendwie zu verstecken und versuch nicht irgendwie dich zu verdrängen dass die Herausforderungen nicht kommen die Herausforderungen werden kommen ok aber beginnen Herausforderungen zu lieben beginnen Herausforderungen zu lieben und diese zu meistern das ist ganz wichtig weil Herausforderungen du erfolgreich bist auch wenn du keine Ahnung wie viel Geld verdienst es ist komplett egal Herausforderungen werden immer existieren sie werden immer da sein ok aber egal was ist und egal was für Herausforderungen das sind verstehe eine Sache wir sind hier eine Familie und einer für alle alle für einen ok so wir sind alle wir stehen alle füreinander gerade wir sind alle füreinander da wir haben so viele Dinge schon zusammen geschaffen wir haben so viele Dinge schon zusammen erreicht wir haben so viele Menschenleben schon verändert so viele Menschenleben da draußen schon verändert also lass uns noch mehr Menschenleben da draußen verändern weil viele Menschen da draußen sind genau in so einer Situation sind vielleicht genau in einer Situation wo du damals warst und du hast die Möglichkeit dieser Person zu helfen du hast die Möglichkeit mit Network Marketing diesen Menschen zu helfen diesen Menschen eine neue Möglichkeit zu bieten die Augen zu öffnen Sinn im Leben zu schenken wie es auch bei mir passiert ist ok deswegen Menschen warten nur auf deine Nachricht Menschen warten nur auf dich und ich will auch dir sagen ich bin extrem dankbar gesegnet und dankbar wirklich für dich für diesen Carl für diese Zeit dass du mir wirklich so lange auch zugehört hast dass du das Ganze mitgenommen hast dass du meine Story zugehört hast das Ganze mit aufgenommen hast ich hoffe auf jeden Fall dass du daraus was mitnehmen konntest ich hoffe auf jeden Fall du konntest paar Dinge mitnehmen du konntest ein paar Learnings vielleicht auch draus ziehen und konntest damit sprechen was für dich ja aufstappen was für dich 200% vielleicht einen Moment ausgelöst hat Klickmoment was auch immer was 200% dir diese Energie gibt und diesen Push gibt um jetzt in der nächsten Zeit 200% allein zu gehen okay weil wir haben jetzt die Convention und wie Simon letztes Mal so schön auf dem Carl gesagt hat die Erwartung zu haben einfach auf die Convention zu gehen und einfach das Gefühl zu haben ja es verändert sich danach alles muss ich dich leider enttäuschen ist nicht so du musst den Willen haben was zu verändern es liegt immer an dir als Person du als Mensch hast alles du hast alles unter Kontrolle du hast die einzige du bist die einzige die einzige Person die Macht hat über ihr Leben und selber die Kontrolle hat in welchen in welche Richtung den Weg führen wird okay und deswegen mach was draus weil du bist ein Mensch boah wo wo ein Teil dieser Familie ist wo extrem vieles Potenzial hat wo ganz ganz viel viel in dir drin steckt okay auch wenn vielleicht noch nicht diese Resultate da sind auch wenn du vielleicht eine gewisse Zeit da bist und du strugglst und strugglst es läuft es läuft es läuft nicht okay okay ist halt so der Moment wird kommen und auch du wirst scheinen und auch du wirst dementsprechend auch über diese Bühne laufen auch du wirst dieses dieses Trading Konto haben auch du wirst dieses Leben führen wo du gerne gerne haben möchtest auch du wirst diesen Rank haben wo du gerne haben möchtest egal was du deinem Leben willst du kannst alles in deinem Leben erreichen ich weiß ich sage das so oft aber ich will dir diesen Glauben immer und immer wieder geben weil wir kennen es Karl danach ein zwei Tage drei Tage kommen wir wirklich negative Dinge und auf einmal ist wieder komplett aus dem Flow raus aber ich will dir nochmals hier sagen an jedem Einzelnen hier drin okay so an jedem Einzelnen hier drin an Christopher an Christian an Chris an Thomas an jedem Einzelnen hier drin an Christine so ich glaube an dich und du wirst und du wirst alles in deinem verdammten Leben hier erreichen was du willst egal wie schwer es wird wir sind da füreinander und wir sind da füreinander und wir kriegen alles miteinander hin okay wir sind eine Familie und dieses Business ist genau das der bespricht wo du alles in deinem Leben erreichen kannst was du willst und das darfst du verstehen iMastery Academy ist die Company die beste Company auf der verdammten ganzen Welt und nicht einfach darum weil sie einfach auf irgendeiner Internetseite auf Platz 1 ist seit Jahren schön und gut weil wir einen Umsatz zahlen ist alles schön und gut aber iMastery Academy ist nicht wegen denen die geilste Company die beste Company und was auch immer nee sondern es ist die Company der bespricht wo einfach mit Liebe aufgebaut wird es ist die Company der bespricht wo jeder willkommen ist es ist die Company der bespricht wo egal ist was Hautfarbe oder sonst irgendwas ist wo du der bespricht da bist geliebt wirst und diese Company der bespricht aufgebaut wird auf Liebe der bespricht auf Kultur okay und genau deswegen ist iAm da wo sie ist deswegen haben wir jetzt dann gleich so eine riesen Convention in Zürich wo wir uns alle gemeinsam treffen können wo wir alle gemeinsam extrem viele viele Museumsmomente emotionale Momente lustige Momente und sonst was erleben können deswegen komm an die Convention wenn du noch nicht am Start bist so auf einhundertprozentig so weil es wird eine geile Zeit und ja auf jeden Fall denke ich mal wir haben jetzt auch schon eine Stunde 40 Minuten diesen Call so ich bin gerade von Dings drin ich könnte voll lange noch reden aber wir wissen das ganz langsam auch so was das angeht beenden auf jeden Fall wie gesagt ich glaube an dich ich glaube ganz 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 stark an dich an jeden Einzelnen von euch ich freue mich dementsprechend auf die ganzen Erfolge auf die ganzen Success Stories wo ich auch teilhaben kann egal ob du in meinem Team bist oder nicht ich werde für jeden einzelnen Rennen von euch egal was ist egal was wir dafür tun müssen jeder von euch wird zu 100% an seinen Erfolge rankommen egal ob Trading egal ob Networkspiel kommt ja keine Rolle wir unterstützen alles wir sind füreinander da und in diesem Sinne und in diesem Sinne würde ich einfach sagen ich lasse noch ein Lied laufen das habe ich am Anfang schon laufen gelassen aber es ist ein Lied zu besprechen was mich dementsprechend immer diesen Kick und diese Motivation gibt und könnt ihr dementsprechend das noch anhören und dann würde ich einfach sagen dann beenden wir diesen Call ich liebe euch alle und ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Donnerstagabend Ich gehe mal in Ich gehe mal in ich gehe mal in iembre Bis zum nächsten Mal.